Wir sind drauf. Okay, ich lese gerade noch eine Hater-Nachricht. Hater-Nachricht? Von wem? Warum? Andreas Klaus heißt der gute Mann. Okay. 67 oder 69? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Unterstellt mir aber, dass ich nicht über das Impfen reden darf, weil ich keine Ahnung von T-Lymphozyten-Mastzellen habe oder von TH1 beziehungsweise TH2-Switch und deswegen Ich kenne jemanden, der hat sehr viel Ahnung von THC. SAT? Ja. Zarnetägen. Das ist ein schöner Einstieg in die Episode. Nein, das war keine Hate-Nachricht. Es war einfach nur so, er wünscht sich, muss ich dazu sagen, es ist völlig gut geschrieben, ist in Ordnung. Müssen wir eigentlich jetzt nochmal neu draufdrücken, weil wir vergessen haben, das Ding hier drauf zu machen? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Warte. Tada! Da sind wir wieder. Ja gut, ey. Können wir gleich auch noch zu kommen. Ich meine, wir haben das E-Spawn-Hit ja extra da kleben lassen, kurz. Weil du der Allerächte bist, seit kurzem Jahr. Das stimmt. Du hast deinen ersten Ingame-Kill, du bist jetzt quasi E-Spawnler. Ich hab zwei in einer Runde gemacht. Ja, aber ich möchte noch einmal kurz das Thema Impfen ganz kurz nochmal rangehen und wieder abschließen. Ich hatte einen Tag Armschmerzen. That's pretty much it. Fertig. Ich hatte keine Nacht. Glaubst du wirklich, dass es noch so viele gibt, die Angst haben? Also es geht ja eher, ich verstehe ja die Leute, die so konfus sind, dass sie halt Angst vor den potenziellen Spät- und Nachfolgen haben, weil die ja noch nicht erforscht sind. So Kimmich-Style. Thema Kimmich, ja, war das passiert? Der hat jetzt Corona. Ist auch so geil. Da ist halt, also, tut mir leid, da geht's halt wieder los bei den Sachen, wo ich dann auch wieder kein Verständnis dafür habe. Wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass man so viel Angst vor den Nachfolgen hat, ja, Herr Kimmich, so, haben Sie denn jetzt auch genauso viel Angst vor den potenziellen Nachfolgen von Corona, die auch immer noch nicht zu Ende studiert sind und nachgewiesen sind und so weiter? Das ist halt die Geschichte. Nee, wahrscheinlich nicht, sonst hätte er sich ja vorher anders entschieden. Ja. Das ist halt, das ist jetzt halt wieder so ein Karma-Ding. Ich bin jetzt der Letzte, der jetzt anfängt, ganz ehrlich, ich mache auch keinen Vorwurf, habe ich jetzt auch ein paar Mal im Chat gelesen, so dieses Jahr, ich habe auch einen in der Mannschaft, hier so eine Impfverweigerin, die hat jetzt Corona, so, fühle mich nicht schlecht für sie jetzt gerade. So, das kann man, das ist schwierig. Ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie sagt, ich wünsche dem jetzt, dass er es bekommt, damit er dann und so, das wäre eine Katastrophe, aber ich kann auch alle verstehen, die langsam so eine Emotion entwickeln. Und dann auch nochmal, ich fand ja den coolsten Funfact, den ich jetzt irgendwie so gehört habe, was heißt cool, also versteht mich nicht falsch, nicht wieder so ein Ding wie mit meiner Politiklehrerin in der neunten Klasse, die mich dann wirklich schwer beleidigt hat, weil ich gesagt habe, dass es im Kriegsfilm cool war und mich die zusammengefaltet hat vor der gesamten Klasse, das war wirklich krank, aber ist ja, also mein letzter Take, nur nochmal kurz als Anstoß, Denkanstoß in die Runde zu allen, die immer noch große Fragezeichen haben mit den steigenden Impfquoten und dann trotzdem den steigenden Inzidenzen, ist ja aktuell das Beispiel mit Gibraltar, dieser hier, großbritannischen, spanischen Insel und so weiter. Die sind doch bei fast 100% durchgelegt. Die sind bei fast 100% Quote, haben aber irgendwie trotzdem tausender Inzidenz, ja, man kann auch natürlich so Corona bekommen, aber es ist irgendwie ein akuter Fall gerade da im gesamten Land, der irgendwie so ein bisschen besondere Care braucht, nicht ein wirklich kompletter Notfallpatient, der gerade am Start ist und darum geht es am Ende. Darum sollte es gehen, ja. Ich habe keinen Bock mehr, darüber zu reden, Mann. Nö, muss er nicht sagen. Ich fand das Feedback, was mich letzte Woche erschrocken hat zu dem Thema ist, also nicht erschrocken, sondern auf der einen Seite fast schon wieder schade, wir bewegen uns ja anscheinend in einer Bubble oder in einem Kreis, in der wir mit unserer Meinung nicht alleine sind, sondern Leute mit der Meinung alleine sind, die wir immer diskutieren oder anprangern. Das ist halt, also wir sind schon, das ist das, was wir sagten, die Medien haben schon Einfluss auf uns, aber wenn man mal so guckt, wie viele, also den Kreis, in dem wir uns bewegen, das ist ja nicht die 20 Leute, die wir in unserem Privatleben haben, sondern die 20, 30.000, die wir irgendwie über Medien erreichen und so, die wir regelmäßig erreichen, von denen ist der Großteil bei uns so. Und das ist halt einfach auch der Querschnitt der Gesellschaft, das ist nun mal so. Ja, klar. Aber eine Sache nur noch, weil das habe ich auch ein paar Mal gelesen, also ich fand es auch interessant, zumindest dann die Takes zu lesen von den Leuten, die dann meinten, ja, ich bin jetzt laut euch ja ein sogenannter Schwurbler oder ein Zitat-Idiot und so weiter. Das wollte ich nochmal fragen, das Wort habe ich nämlich von dir zum ersten Mal gehört und seit einer Woche gefühlt überall gelesen. Echt? Hast du das noch nie vorher gehört? Nein. Ich weiß nicht, das ist glaube ich, also in vielen Podcasts, die ich auch höre und so, ist das mein Begriff, der da schon sehr geflügeltes Wort geworden ist. Und das fand ich immer super interessant. Eine Sache, die ich öfter gelesen habe, die finde ich auch zumindest so ein bisschen fair ist, ist so der Vergleich zwischen, ja, ich bin zwar ungeimpft, aber dafür passe ich halt auf. Ich trage überall meine Maske und ich mache und so weiter. Halt Leute, die wirklich sagen, ich habe Angst vor den Langzeitfolgen, trotzdem aber Corona als Thema respektieren und sagen, ja, ich passe super auf. Im Vergleich zu den ganzen Leuten, die sich halt einmal haben, und seitdem wirklich Ringelbums und Rudelbums mit anfassen machen. Und da muss ich sagen, also nur mal so als Statement, die Leute finde ich auch problematisch ein wenig. Also wer jetzt wirklich gesagt hat, so komm, ich habe mich jetzt impfen lassen und seitdem scheiße ich halt auf alles und bin halt jeden Tag auf Ibiza, da im Club und mir ist wirklich völlig scheißegal, was passiert. Das finde ich halt auch ein bisschen verantwortungslos. Ja, stimmt. Sind wir aber, also sind wir ja nachweislich, wir sind ja nur nicht in den Club gegangen jetzt die letzten Wochen. Weil wir zu alt sind und nicht mehr reinkommen. Ja, genau. Weil wir zu hässlich sind. Ja, aber selbst du bist ja nicht mehr. Also ich glaube, vor ein paar Monaten wärst du so gewesen, dass du gesagt hättest, so, ja komm, scheiß drauf, so, ich weiß, es gibt mir sonst Nachteile, ich lass mir das jetzt einmal geben, aber ansonsten scheiße ich wirklich auf alles. Ich glaube, auch da hat sich das bei dir so ein kleines bisschen verändert, zumindest. Also ich meine, du bist eh nicht der Typ, der halt ein Lifestyle führen kann, der super verantwortungslos wäre, bei dem Thema Corona und Verbreitung. Weiß ich jetzt gar nicht, weil das Thema, die Frage stellt sich mir halt nicht. Also die war ja abgefiffen. Ich kann seit Monaten überall mein Scheiß-Handy zeigen, auf dem steht, ich bin geimpft. Deswegen habe ich mir die Frage nicht, die stellt sich mir nicht. Na gut, lass abhaken, bevor jetzt will die ganzen Leute schon wieder frustriert abschalten. Ja, ja, ich wollte nur einmal die Wutbürger ihre Leserbriefe raushauen in Richtung Insta-DM's und so. Es gibt super wenig Wutbürger in unserem Dunstkreis. Fast schon ein bisschen schade, ey. Wir haben uns da auf richtig ganz, ganz glattes Eis bewegt. Nichts passiert. Ich fand auch noch mal Shoutouts gehen raus an alle, auch unter anderem Thomas Kotschian. Es haben wirklich viele, also entweder Lust ist an mich herangetragen oder es haben mir auch wirklich Leute direkt geschrieben oder auch bei YouTube unter den Kommentaren mit diesem, oh, ey, bitte redet nie wieder über Krypto. Also ich finde, das geht gar nicht so. Ey, ihr habt ja gar keine Ahnung. Wir haben eventuell drei bis siebzehn Mal betont, dass wir da keine Ahnung von haben. Zumindest ich. So, ich meine, Olaf, nachweislich macht er ja so ein bisschen was in dem Thema und hat auch schon mal Erfolg damit. Behauptet aber auch nicht, dass er ein Experte wäre im Gegensatz zu den ganzen Team der BR-Wolleys. Ich habe wirklich ganz oft betont, auch wenn das Meme natürlich weiter besteht rund um meinen Podcast nächste Woche, Mittwoch, wieder neue Episode mit Anton Bremen diesmal tatsächlich. Ich kauke gerade die ganzen Berliner durch. Das ist echt geil. Ich finde es aber auch spannend, weil die alle verschiedene Insights sagen zu dem Thema. Da muss ich auch mal ganz klar sagen, die erzählen immer alle und sonstiges. Also alle Sportler und ich kenne ja den Lifestyle von Sportlern. Die verdienen vielleicht vor früh 1.000 Euro mehr, können die nicht ausgeben, weil sie irgendwie überall essen und trinken und so kriegen und machen dann, weil ein Buddy das cool findet oder so, machen sie mit und haben dann irgendwie, keine Ahnung, vor vier, fünf Jahren irgendwelche Kryptowährungen und sonstiges gekauft und fühlen sich jetzt total geil damit und denken, sie haben Ahnung, weil sie damit Erfolg hatten. Ich habe 2008 bis 2011 eine Banklehre gemacht und beschäftige mich halt seit 2008 mit Aktienfonds und sonstigen. Das ist, glaube ich, in der Historie der Menschheit das erste Mal der Flex, dass jemand sagt, weißt du was, Junge, ich habe 2008 eine Banklehre gemacht. Nee, aber es geht mir auf den Sack, weil, sorry, alle Sportler daraus, die denken, die haben mehr Ahnung, nur weil sie ein bisschen, weil sie vielleicht jetzt seit ein paar Jahren irgendeine App auf dem Handy haben und mit zwei Klicks irgendeine Scheiße kaufen können und am Ende da eine Plus 280 steht in den Prozentzahlen oder so. Labert doch nicht rum, ey. Wir haben alle, wir haben alle keine Ahnung davon. Alle. Es gibt, glaube ich, einen kleinen Kreis von Leuten, die wirklich Ahnung haben. in der Scheißpyramide. So sieht es nämlich aus. Wir haben alle keine Ahnung. Dann hätte ich aber die 10 Euro, die ich auf der Kante habe, auf der ganz hohen, die hätte ich aber so was maximiert. Dann wären da 700 Prozent rausgekommen. Muss man jetzt dann ausrechnen, wie reich ich jetzt wäre. Aber ich habe mir überlegt, dass ich, eigentlich könnte man da so ein dummes Meme draus machen. Also ich könnte, ich bin wirklich kurz davor zu sagen, ich nehme einen gewissen Betrag aus meinen privaten Erträgen oder aus meinem privaten Geld pro Monat und wir machen ganz transparent damit vielleicht auch Scheiße. Also gibt es vielleicht ein Stream. Dann so ein Update jede Woche irgendwie im Stream oder im Podcast. Screenshot oder whatever. Einfach nur um den Leuten zu... Aber dann will ich, dass du jetzt wirklich in ein Doge reingehst. Ist kein Problem. Sag den Betrag und wir machen monatlich diese Scheiße. Du sie, komm, 1K. Ich beteilige mich mit 50 Euro. 1K pro Monat in Scheiße. Ich gehe rein mit... Pro Monat. Achso, nee. Ich will jetzt, dass du einmal da reingehst. Nein, wir machen pro Monat einmal irgendeinen Call oder alle zwei Wochen oder so. Ja, dann ist der erste Call mit einem Du sie rein in Doge. Ich beteilige mich mit 50 Euro und dann aber... Wieso Böse Moon? Was für Beteiligen, Alter? Ich will auch mit rein. Ja, dann mach dir doch ein Scheiß-Depot und schweiß doch 50 Euro rein. Nein, das ist mir zu kompliziert. Da muss ich mir wieder so einen Account machen. Das ist wie bei Twitch. Und was ist, wenn das dann durch die Decke geht? Dann habe ich die Erträge und die gebe ich dir dann ab oder was? Ja, natürlich, weil ich beteiligt bin 5%. Klar, ja, sicher. Ja. Kannst du mich am Arsch lecken, ey. So machen wir das. Ja. Wir sind Geschäftspartner. Ja, aber wir müssen dann Abermillionen Spekulationssteuer zahlen am Ende. Ich kenne nur Spekulationssteuer. Aber ich bin gerade kurz davor, weil dieses Thema ja so so Emotionen auslässt. Eine Sache. Warum gibt es keinen veganen Baumkuchen? Ich finde, also Tierlist von den ganzen Sachen, die es zu Weihnachten gibt. Ich meine, es ist ja jetzt quasi Weihnachten. Ich weiß, was Baumkuchen, ich habe gerade überlegt, was Baumkuchen ist. Es ist ja quasi Weihnachten. Bald ist jetzt wirklich Adventskalender. Ich hoffe, ihr habt alle richtig schön reingeschoppt hier bei der Black Week, bei Brainy Effect. Habt ihr den Adventskalender vielleicht euch reingeschoppt? Freut euch da. Ich habe gestern Türchen aufgemacht, war schön Sleeve Spray drin. Richtig geil. Nachdem wir so ein bisschen rumgeraten haben und auch nicht mal das Beste gefunden haben, habe ich gestern schön das Sleeve Spray auch direkt weggesnackt natürlich. Hast du ihn komplett getrunken? Ja, ist weg einfach. Geil ist auch, da ist auch noch eine Recharge-Dose drin. Das fand ich auch ganz geil. So vorgemischt schon. Oh nice. Okay. Wir haben heute überhaupt keine Werbung. Ich muss aufhören, Werbung zu machen, Mann. Fuck, wir haben es zweimal eine Folge gemacht. Naja, Fakt ist, Weihnachten. Genau, da wollte ich hin. Baumkuchen ist für mich die Eins auf der Liste von Sachen, die richtig geil sind zur Weihnachtszeit. Ich finde, Baumkuchen schmeckt wirklich absolut überragend. Das Problem ist, du kriegst das scheinbar ohne Butter und Ei sehr schwer hin, weil es gibt ja inzwischen wirklich alles vegan. Wir leben ja in einem Zeitalter. Ich habe jetzt inzwischen das Neueste, was ich jetzt entdeckt habe, es gibt hier von, auch wieder so eine Hühner-Geschichte, so Gutfried, genauso Wiesenhof 2.0. Gutfried geht jetzt auch voll rein in vegan und vegetarisch. Ist auch wirklich voll lecker, die Scheiße. Also habe ich jetzt zum ersten Mal gegessen. Es gibt aber immer noch keinen veganen Baumkuchen und das tut wirklich weh. Weil ich finde, hier so Spekulatius. Möchtest du einmal im Monat auch irgendwie ein bisschen Geld zurücklegen, damit wir irgendwann, dass wir dann in die Forschung des veganen Baumkuchen eventuell rein investieren können. Weil ich finde, Spekulatius ist leicht overrated. Ich finde Lebkuchen überragend. In Zartbitter ist der oft auch vegan als kleiner Tipp. Aber Baumkuchen wäre die 1. Das ist meine spontane 3.0 gewesen zu den guten Sachen zu Weihnachten. Oh und Mandarinen. Den Unterschied haben wir jetzt ja auch gemerkt zwischen Mandarinen und Clementinen dank Cyanethegen. Die hast du mit Cyanethegen rausgehauen. Ich kenne den immer noch nicht, weil ich da nicht richtig dabei war bei dem Thema, aber ja. Die Blattdinger sind dann auf jeden Fall Clementinen. Ich habe noch nie Blattmandarine gehört. Doch, doch. Dann sind es Clementinen. Ich habe keine, ich finde Weihnachten halt an sich scheiße. Du bist ja jetzt auch wieder weg. Du machst ja Urlaub. Alle machen Urlaub. Du gehst in die Sonne, Dani geht's wie fahren, wird sich das Knie wieder zerlegen. 24. bis 7. Januar ihr Strategen da draußen. Ich werde auch einen reichen jetzt. Ich gucke schön mein USB-Mikro ein. Ich packe schön mein USB-Mikro ein und dann mache ich wieder schön vom Balkon hier. Und dann gibt es keinen Videopodcast mehr oder was? Ich kann mich vom Video von mir auch nicht ausführen. Irgendwie willst du wegfüttern oder was davon? Keine YouTube-Uploads mehr? Okay, dann lass doch was cooles machen. Lass doch den Podcast vorher drei Wochen in advance aufnehmen. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist scheiße. Wir können gerne Video machen. Dann musst du dir eine technische Lösung einfallen lassen. Du musst dir eine einfallen lassen. Du fährst in Urlaub. Also lässt du dir auch was einfallen, mein Freund. Ja, dann nehme ich die Kamera hier mit. Und dann ist es so. Machen wir über... Du hast schon wieder gar keine Idee, wie das funktioniert. Doch, über V-Mix-Call kriegen wir das hin. Das ist überhaupt kein Problem. Nicht parallel die Tonspur auf und dann backst du die für Audio zusammen und die Videos legen wir übereinander. Nicht gut? Toll. Hast du eine bessere? Ja, ist gut. Okay, komm. Wir machen heute eine kurze Episode. Für euch zur Info, weil es ist jetzt noch nicht bekannt, Dirk hat heute, also wenn ich so in deine Sicht gucke, hast du so zwei von zehn Bock auf diesen Podcast. Ja. Aber wir haben gute Themen wieder mit dabei. Du wolltest drüber reden, dass du dich fast geprügelt hast letztens. Nee, weil ich das jetzt öfter merke. Und an dem Beispiel, ich habe schon öfter in letzter Zeit Situationen, wo ich merke, dass ich wieder weiter weggekommen bin von der normalen, also von der normalen Gesellschaft, von normal denkenden, ausführenden Menschen so. Und das habe ich im Fitnessstudio schon ein, zwei Mal jetzt gemerkt, da darf ich immer nicht drüber reden, sagt Dirk, weil wir dann immer wieder sofort irgendwelche Skandale anhaken, deswegen darf ich darüber nicht reden. Aber darüber, dass ich mich mit unseren Hausmeistern fast geprügelt habe, weil die aufgrund dessen, dass wir, also wir haben hier oben in unserem Flur haben wir zwei E-Roller über den Tag stehen, weil die Leute mit E-Roller hierher kommen. Und mein Fahrrad. Mein Fahrrad, genau, so. Und die standen da gestern, als die die Heizung kontrolliert haben, weil die ausgefallen ist und sind beim Rausgehen, haben sie dann aber auch in so einem Hausmeisterton halt gesagt, hier übrigens, das mal bitte zur Seite räumen wegen Brandschutz und Fluchtwegen und so. Diese Roller stehen nicht irgendwie im Flur, sondern die stehen, da läuft keiner her. Da läufst du her, wenn gerade Blitzfeuer ausbricht überall und das von allen Büros und von der Treppe hochkommt, dann ist dieser Flur vielleicht die einzige Chance, wo du dann nur noch zwei Meter statt zwei Meter fünfzig Platz hast, um durchzurennen hinten zu einem Fenster. Einziges Szenario, wo Feuer, also wo es da vielleicht Sinn machen könnte, wenn alle neun gleichzeitig durch diesen Flur laufen wollen, parallel, nicht hintereinander, sondern parallel und durch dieses eine Fenster zwei Etagen runterspringen müssen, weil aus dem Treppenhaus und aus allen Büroräumen gleichzeitig Feuer ist. Dann ja. Sonst macht dieser Fluchtweg und dieser Brandschutz keinen Sinn. Punkt. So, das ist erstmal die Erklärung dazu. Und dann war ich halt auch in so einem falschen, ich war wieder in so einem falschen Mood, weil DVV-Pokal angeliefert kommt kaputt an, so, ne. Muss ich mich drum kümmern, dass ich Bilder mache. Dilettantisch verpackt. Ja, stimmt. Also so dämlich. Und dann höre ich nur, während ich dann noch mit unserem Betreuer von der VBL so spreche und dem dazu zeige, per Videocall, höre ich nur so, dass wir die Roller da wegstellen müssen. Dann habe ich aufgelegt und habe gesagt, ey, was ist hier? Das ist ja wirklich das Deutscheste, was man machen kann. Hier stehen zwei Roller von morgens neun bis abends achtzehn, neunzehn Uhr. Und mein Fahrrad. Und dein Fahrrad, genau. Und fahren dann wieder weg. Und dann fangen die an mit, ja, aber es ist eine Regel. Und da holst du mich halt nicht mit ab, ne. Mit solchen Argumenten holst du mich halt nicht ab. Ich fand am geilsten, dass das Argument dann gezogen wurde. Nicht nur halt dieses Versperren des Weges, was wirklich lächerlich ist. Also klar, theoretisch versperrt es einen In diesem Fall ist es lächerlich. Mini-Korridor auf dem Weg zu den Feuerlöschern, aber wir reden wirklich von einem unnormal breiten Flur da oben. Wo keiner herläuft. Ja, da läuft keiner her oder auch keiner weg oder wie man es sonst regional noch ausdrückt, je nachdem, wo man wegkommt. Und ich fand aber am geilsten das Argument mit potenziell entflammbaren Fahrrädern. Also dass das Fahrrad entflammbar sein könnte. Wegen der Gummireifen nehme ich da mal an, weil ja bestimmt, also das stelle ich mir auch vor, bei dem ganzen Teppich, der hier überall liegt und bei vielen anderen Sachen, die wirklich sehr leicht entflammbar sind, dass es dann am Ende das Fahrrad ist aus so Semi-Carbon oder weil das so leicht ist, was weiß ich, dass das dann entflammen könnte und dafür sorgt, dass hier die Katastrophe ausbricht. Ja. Aber ich kann es ein bisschen verstehen. Ich finde, also Hausmeister safe, underappreciated und kämpfen wirklich Social Repression seit Jahren und Jahrzehnten so um ihren Ruf und dass sie nicht so richtig respektiert werden. Weil Hausmeister ist so, ach, warst du so handwerklich begabt, aber nichts richtig, bist kein Fliesenleger oder kein Dachdecker geworden. Die Jungs, die sind ja noch technisch und so. Die sind keine klassischen Hausmeister, da degradieren wir die jetzt gerade ein bisschen. Das stimmt nicht. Aber ich finde, Hausmeister ist ein sehr ehrenwerter Job. Ich war ja während meines Zivildienstes quasi auch Hausmeister. Ja, aber spätestens seitdem ist es eigentlich kein Ehrenwerter mehr. Also das ist sehr gut, von daher unterstütze ich die Jungs. Hausmeister-Gehilfe ist auch ein gutes Schimpfwort eigentlich. Das ist geil, ich war Hausmeister-Gehilfe, auch hat richtig viel Sinn gemacht. Zivildienst und dann habe ich renoviert und Laub gehakt und so. Aber ich war halt an einem Kinderheim. Also theoretisch durch Osmose war es ein soziales Projekt quasi. Naja, gut, auch eine andere Story. Aber ja, deswegen, ich kann es verstehen, was die Beuister gemacht haben, aber es war schwer lächerlich. Das muss man aber fairerweise dazu sagen. Ja, und dann bin ich halt der Falsche. Also es ist dann sehr schnell sehr laut geworden, weil ich sie ja dann auch gebeten habe. Es kommt halt dazu so, ich habe gesagt, okay, wenn wir jetzt hier den Urdeutschen machen oder so und was auch immer, wenn wir jetzt damit anfangen, dann hier steht, bevor wir eingezogen sind, dieses Gebäude hier, by the way, war ja leer. Diese Etage hier war leer seit Pandemiebeginn und wir sind da 14 Monate, nachdem die Pandemie angefangen hat, eingezogen. In dieser Zeit stand hier so viel Scheiße im Flur. Also da stand immer noch ein riesengroßer Plastikmüll, wo am Anfang so noch jede Menge Müll drin war oder so. Da hängt Papier an den Wänden. Papier ist, by the way, ein Flammbar. So und so weiter. Mehr als ein Fahrrad zumindest. Und dann habe ich denen halt gesagt, so Freunde, das Ding hier steht hier seit 6 Monaten, 14 Monate alleine, herrenlos, ohne dass hier jemand gewohnt hat und ihr erzählt mir jetzt, dass wir die scheiß Fahrräder über den Tag, wenn hier 8 Leute im Büro sind, nicht da stehen haben dürfen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Also war es halt für eine Basis. Dann können wir jetzt mal das Mieter-Vermieter-Verhältnis aufmachen, weil hier ist eine scheiß Teststation auf unseren Parkplätzen gerade eingerichtet. Als Mieter müsste ich eigentlich sagen, dass wir die Parkplätze haben. Stimmt, wir hätten ja die noch bessere Parkplätze. Nein, natürlich. Das ist ja wirklich ein Case. Wir hatten 2 Monate keine Zugangskarten und sonstiges, weil deren Dienstleisterpausen. Wir müssen aktuell 20 Meter laufen vom Auto bis zum Büro. du kennst mich, Auge um Auge. Wenn die Pisten hängen, in unserem Büro muss, weil wenn es da explodiert, ist es nicht so schlimm. Mein Fahrrad? Dein Fahrrad, natürlich, klar. Dann sage ich denen halt auch das, 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 das. Und dann können wir das so aufrollen, habe ich denen gesagt. Dann ist das hochgegangen, weil die dann immer, dann kommt nämlich, ich komme mit 10 Argumenten, wo ich sage, okay, wenn wir jetzt Auge um Auge und die überkorrekten machen, dann gehe ich den Mietvertrag durch und gucke mal die 10 Punkte an, die ihr nachweislich nicht einhaltet, Freunde. So. Ja, aber das hier ist eine Regel und wenn die Bauaufsicht kommt, kriegen wir dafür Ärger. Ja, das ist immer so krass, wenn man da eigentlich gar keine Aktien drin hat. Und wirklich, ohne Spaß, eigentlich muss sowas in eine Schlägerei ausarten. Weil du kriegst es ja argumentativ nicht gelöst. Weißt du, was ich meine? Sowas muss in meiner Welt in eine Schlägerei ausarten. Die waren zu zweit, die hatten eine reelle Chance gehabt. Es ist so. Und dann, du übrigens Ehrenmann, hörst das Geschrei, du gehörst das Geschrei im Flur und kommst halt in dem Moment raus, wo es aufgehört hat. So, was ist hier los? Boilerei? Ist es Boilerei? Ja, ich bin momentan nicht in der Verfassung für eine Boilerei, aber ansonsten hätte ich auch Bock. Nee, also jetzt mal Real Talk. Ich finde, bei so Konflikten halt unterschätzt immer heftig. Du darfst es eigentlich nie auf so eine Ebene bringen, Mann. Ich finde das immer so krass. Eine Geschichte, jetzt wieder so Butterfly-Effekt mäßig, nur weil der heute Morgen vielleicht von irgendwem angepisst wurde und sich ungerecht behandelt gefühlt hat, hat er jetzt halt dich gesehen und dachte, nee, du bist jetzt nicht schon wieder der Zweite, der jetzt anfängt, mich hier anzuficken. Und deswegen war er wahrscheinlich ein bisschen emotional aufgeladen. Er hätte doch das Fahrrad da stehen lassen können. Vor allem ist das Geile, er läuft unten in der Etage, das ist ja noch der Punkt. Das ist ja so wirklich, so fünffach falsch einfach. Unten in der Etage steht für diese Security-Agentur, die hier unter uns in der Etage ist, stehen da sechs Stühle, sieben so Gummipinoppeln, drei Teppiche und zwei Desinfektionsspender oder was auch immer da drin. So, die stehen im Flur. Da kannst du wirklich zum Teil nicht durchlaufen, weil es da steht. Interessiert niemanden. Aber steht da ein Fahrrad, dann ist das Explosionsgefahr und keine Ahnung was. Und wenn die Bauaufsicht kommt, kriegen wir Ärger. Ja, sorry Deutschland, da verliert ihr mich komplett, da bin ich raus. Hier ja auch bei dem Studio, was ihr jetzt nicht seht, das ist ja hier ultra clean. Wir haben ja jetzt hier so einen kleinen Raumtrainer quasi reingemacht, mit der Wand jetzt halt so hinter mir. 70 Prozent von dem Raum sind getrennt. Ja. Und damit wir dann auch noch hier nicht so mit Tageslicht ein Problem haben und die Lichtverhältnisse immer gleich sind, haben wir dann hier so einen, wirklich so einen Amateur-Vorhang hier reingebaut. Ja, so eine ganz rudimentär. Der auch immer offen ist und wir dann halt nur zuziehen für die Podcast-Aufnahme, dann war das scheinbar auch ein Thema, dass ja auch das wieder ein Problem ist. Traurig getrennt, weil hier in dem Raum, hier in dem Raum ist ein Feuermelder und drüben Wenn da an meinem Schreibtisch ein Brand, ein Brand passieren würde, dann schlägt er ja nicht an hier, der Feuermelder, der irgendwo da oben ist. Natürlich nicht. Das ist auch geil. Und ich fand auch eh auch herrlich, die beiden Dudes sind dann auch so zu mir gekommen und gehen so in meinen Raum, klopfen auch gar nicht, kommen hier so rein. Nee, nee, kommen hier einfach rein, genau. Und dann auf einmal stehen die dann so neben mir und was die auch denken, was wir machen müssen. Die kommen hier rein, sehen das so. Okay, dann gehen die so ein bisschen weiter, dann sitze ich da so, alles liegt da rum, überall sind Getränke, überall im Müll so, acht Monitore, moin. Du musst dir sicher dann mal denken müssen, was hier so passiert, ey, keine Ahnung, man. Ja, aber dann ist wichtig, dass das hier baulie, also sorry, ey, du kannst nicht, mach erstmal, räum erstmal in deinem Vorgarten auf, bevor du auf den Nachbarsvorgarten guckst und dann sagst, ey, das gefällt mir nicht, wirklich. Und das gehört, das ist für mich dieses deutsche Ding, da bin ich und da bin ich aktuell und meine Quintessenz daraus ist, und jetzt kommt was Arrogant, ein absoluter weird Flex, diese scheiß Indianer, die Hausmeister gehilfen und so, mit denen kann ich nicht mehr. Darfst du auch nicht mehr sagen. Man sagt doch Indianer und Häuptlinge, sagt man doch, oder nicht? Oh, das weiß ich nicht, ey. Also es gibt doch Häuptlinge, Anführer und da würde ich mich jetzt drunter zählen mittlerweile. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, und Indianer, oder nicht? Ja. So sagt man das. Okay, du hast es jetzt wieder auf. Ich persönlich distanziere mich einfach mal ganz vorsichtshalber vor den nächsten zweieinhalb Minuten. Okay, dann anders, Häuptlinge, Indianer gelöscht, ist politisch anscheinend wieder irgendein Problem. Ich glaube, jeder da draußen hat verstanden, was ich sagen möchte. Es gibt Anführer und es gibt Ausführer. Olaf spielt privat auch gerne immer noch Räuber und Gendarmen mit weiblichen Partnern. So, ich bin Anführer und lass mir halt von Ausführern nichts mehr sagen, was nicht logisch ist. Alpha nennt man das heutzutage. Du bist Alpha, die anderen sind alle Beta. Okay, whatever, ist mir scheißegal. So, also für alle Hausmeister da draußen kommt mir nicht mit in einer dummen Argumentation. Ihr dreckigen Beta-Schweine mit eurem Kackjob. CEO anzupissen, der hat bessere Sachen zu tun. Da ist die Botschaft. Oh Gott. Boah, hoffentlich werden wir gecancelt dafür. Ey, das finde ich gut. Ja, was soll ich dazu sagen, Mann? Das ist meine... Ich merke das immer mehr. Ich verstehe es halt auch nicht so. Geh doch mal, also auch, keine Ahnung, wenn du halt nicht direkt an eine gute Schule kommst oder so, weil deine Eltern vielleicht nicht das Geld haben oder du irgendwo wohnst, wo es scheiße ist. So, hä, geh doch einfach zur Privatuni. So, geh doch einfach zu so einer Elite-Uni und mach da halt deine Ausbildung und werd dann Broker. Ja, so und werd halt reich. Ist genauso wie die Leute... Wie zur Hölle wird man denn Hausmeister? Willst du mich verarschen? genau. Es ist genau das Gleiche, wie diese Leute, die immer irgendwie auf dem kalten Boden am Bahnhof sitzen mit einem Hut vor sich und so und dann sagen, sie haben kein Geld, um sich was zuerst zu tun. Ja, dann geh doch Arbeit, in der Stadt hier rumzusitzen. So ein Ding ist das. Naja, klar. Also geh halt, es gibt sowas, das nennt sich EC-Automat. geh doch hin. Da steckt man seine Karte rein und dann kommt da Geld draus. Mein Gott, das ist wirklich... Naja, manche Menschen leben halt am Leben vorbei. Ich check's nicht, wie man so sein kann. Oh Mann, das war schon wieder... Naja. Ist die Quintessenz rübergekommen, so die Botschaft ist die... Naja, jetzt mal bitte, also alle die im YouTube hier, die im YouTube-Dings am Start sind, mal bitte die Quintessenz aus den letzten fünf Minuten so nach dem eigenen Empfinden zusammenfassen und dann einmal hier in die Kommentare schreiben. Da bin ich jetzt ganz gespannt, was die Quintessenz der letzten fünf Minuten war. Eine ganz wilde Reise mit Politically Incorrectness. Hausmeister sind alles Arschlöcher. Das hab ich nicht gesagt. Und Alphas versus Peters. Eigentlich bin ich richtig gut mit Hausmeistern. Wirklich. Ich liebe es, aber ja. Lass uns mal schnell über Volleyball reden oder so ein Kram, bevor es hier ganz schlimm wird. Ich hab hier die Schlägerei mit den Hausmeistern, kann ich durchstreichen. Sehr erfolgreich abgehakt. Dankeschön. Ich hab noch zwei, also Impfungen ist nichts passiert, hab ich auch durchgestrichen. Ja, Thema Schießspiel. Ich lass mich natürlich auch boostern demnächst. Ich durfte ja letztes Mal noch nicht, weil die sechs Monate nicht abgelaufen sind, weil ich war ja nicht Johnson & Johnson. Ich hatte ja hier Biontech oder was das da war. Gute Wahl. Lass dir nochmal geben. To the Moon. Da hab ich leider keine Einteile. Da hab ich's versäumt mit fünf Euro. reinzugehen in die Expedition. Ja. Tja. Ja, aber ich mach mir jetzt auch einen Termin. Das Einzige ist nur, also ich habe, ich hab ja auch null Angst davor, ich weiß nicht, dass ich das letzte Mal umgehauen hat. Bei mir ist halt das Einzige, was tricky ist. Ich mach's halt nicht am Wochenende. So, Sarah hat jetzt auch mir letztens schon gesagt, hier, ich kann einen Termin für uns beide machen. War halt Samstag. Ja, das ist scheiße. Und Samstag ist halt kacke, wenn ich da ein Doubleheader-Potenzial habe. Und wenn ich da Nebenwirkungen habe, ich kann halt nicht krank sein und eher. Nee, nee. Deswegen schiebe ich mir das irgendwo unter der Woche, falls was passieren sollte. Und dann ist es halt so. Ja. Ja, ist gut. Aber letztes Mal warst du doch so einen halben Tag raus oder so, ne? Nee, ich war, also ich war wirklich, also ich hatte so dieses Klassische, was viele aber auch nach der zweiten hatten. Du hast so Kopfschmerzen, ne? Ich war einen Tag so richtig raus. Aber halt auch nicht schlimm. Danach ging's mir einfach wieder komplett gut. Ja, alles gut. Ja. So, so. Thema Schießspiel, Dirk. Oh, gutes Thema, ja. Ja. Ich hab, ähm, auch wenn ich darin sehr schlecht bin, ist es das erste Mal seit langem, dass ich in irgendeinem Motivation habe, ein bisschen besser zu werden. Das ist geil, ne? Was sich mir nicht erschließt. Also es erschließt, es hat keinen Mehrwert für mich, dass ich dort besser werden möchte. Normalerweise werde ich in Sachen ungern besser, die keinen Mehrwert für mich haben. Es macht mehr Spaß dann noch. Du versprichst dir ja, Gegenwärtig macht es gar keinen Spaß. Dass das hier so ein Ding wird. Ich meine, erst mal macht es Sinn für uns, e-Spontan weiter ein bisschen voranzutreiben. Ja. Dass du hier auftrittst, macht auch Sinn. Und dann zusätzlich könnte es so ein Ding sein, dass man... Danke, vielen Dank, dass ich auch endlich mit deinen Freunden hier auch mal mitspielen darf. Ja, mit deinen Freunden, genau. Und... Gestern waren schon wirklich deine Freunde. Ein Mod von uns, ja. Der aus der IGVS-Community. Der aktuell noch kein Freund von uns ist, aber es könnte werden. Ja, guter Mann. Ja. Und Gürsan, ja. Aber schon eher deine Freunde. Den kennst du auch vom Spontan-Camp. Bin ich da nach zwei Tagen sein Freund? Weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Das musst du mir antworten. Weiß ich nicht. Ja. Ich habe aber auch schon sofort wieder diese nächste Ebene, habe ich dir letztens im Nebensatz erzählt. Für mich erschließt sich das jetzt. Der Mehrwert ist, umso mehr ich das spiele, umso mehr verstehe ich, was der Reiz daran ist, umso mehr verstehe ich, das sage ich jetzt, also jetzt mal pauschal gesagt, umso mehr verstehe ich, wie chancenlos Sport gegenüber E-Sport ist. Das ist einfach die traurige Wahrheit, die ich jetzt am eigenen Leib irgendwie miterleben werde. Ich werde das miterleben, da bin ich mir sehr sicher. Und, ähm, ja, das ist auf der einen Seite schockieren, auf der anderen Seite aber auch eine Bewusstseinserweiterung, zu checken, wie das funktioniert. Weil wir haben einfach gestern ja, wir haben gestern Abend mit irgendeinem wahrscheinlich zugedröhnten Dude gespielt, so wie der sich anhörte. Den hatte ich plötzlich im Ohr. Der hat mit mir gespielt. So, an einem Team, an einem Spiel, den kannte ich gar nicht. Also du meinst jetzt nicht RB22 Official, unseren Mods, sondern wir haben einmal mit einem Random gespielt. Ja genau, mit einem Random. Wir haben einmal aufgefüllt und das war dann so ein deutscher Dude, der, ja, der war, glaube ich, ich habe ihn nicht gehört, aber du hast mir erzählt, was du gesagt hast, der war safe, hat er ein bisschen zu doll Klabutzermann gemacht. Ja, der war, ja, ja. Ist ja jetzt bald legal, so, ne, 420 Blazett und dann hat er sich einen Spaß gemacht, ein bisschen Scheiße zu lauern mit uns, ja. War aber okay. Aber ich fand's halt beeindruckend, weil passiert halt einfach so. Es gibt keine Grenzen, es gibt keine, es gibt auch keine Hierarchien, so, in der Hierarchie ist theoretisch irgendeine KD oder wie das heißt. Ja, also. Und die erarbeitest du dir und die kannst du auch, die kannst du dir auch aus einem, klingt jetzt doof, die kannst du dir auch aus einem Rollstuhl erspielen, wo du sonst in vielen Ländern der Welt gibt's ja auch. auch in Deutschland noch da richtig Probleme mit hast und auch wirklich nie in der Lage bist, überhaupt so einen Weg einzuschlagen wie gesunde Menschen, so. Und da gibt's diese Grenzen nicht. Hast du jetzt schon mal gesehen, das ist der Wahnsinn. Es gibt teilweise Leute, die dann irgendwie mit dem Kinn den Controller steuern und so und ultra gut sind in so einem Spiel, ne. Das ist beeindruckend. Ist das. Das ist da teilweise passiert. Ich mein, es ist auch beeindruckend, wie jemand beim Tischtennis sich den Ball mit dem Fuß anwirft und mit dem Mund spielt, so. Das ist auch krass, muss man auch ganz klar sagen. Ich weiß, welchen Clip du meinst. Das ist der viralste Sportclip dieses Jahr immer noch. Ja, weil's auch heftig ist. Ja, ja, klar. Wirklich. Und der spielt ja legit gut. Also der würde jeden so Hobby, ich hab mal ein bisschen Tischtennis gespielt, Mensch, einfach sowas von nass machen. Würde direkt nageln, ja, ist auch so. Ja, und das find ich krass, was das für eine Ebene annehmen, da können jetzt alle draußen und ich weiß ja, wir haben ja viele Realsportler so da draußen. Ihr wisst, ich bin einer. Viele, die es, glaube ich, noch nicht einsehen, dass es halt wirklich Fakt ist. Ihr wisst, ich bin einer von euch, aber jetzt mal den, und das würde ich gerade sagen, dieser, denk mal zwei Jahre zurück, da waren Zitate wie E-Sport ist kein Sport und so. Und ich bin, das würde ich immer noch unterschreiben, weil ich würde eine klare Trennung zwischen E-Sport und Sport machen. Ich finde die Differenzierung einfach dumm, weil inzwischen haben wir so viele Sportarten in den Sport mit reingenommen, die dann genauso keine Sportart sind. Und für mich ist E-Sport Sport. Das ist genauso Sport wie Datensport ist, wie Schach am Ende so ein Sport ist und so. Ich sag dir warum. Du kannst es unterscheiden. E-Sport hat es gar nicht nötig, als Sport bezeichnet zu werden. Das ist der Punkt. Das ist jetzt das Gute, dass sie so groß sind, dass sie sich dieser Diskussion gar nicht mehr hingeben müssen. Vor ein paar Jahren war doch die Diskussion, ob das irgendwann mal Olympisch wird oder so ein Scheiß. E-Sport wäre doch dumm, wenn die mit dem IOC ins Bett steigen, Alter. Ja, bloß nicht. Ja, aber du. Die machen ja viel mehr Geld, wenn sie dann ihre eigene League of Legends Weltmeisterschaft machen. Ja, natürlich. Und das so ein Riesending ist und da müssen sie sich der ganzen Korruption nicht hingeben. Das ist natürlich viel cleverer. Keine Frage. Ja, das ist, also wirklich, ich finde das, also ihr wisst jetzt, das ist der schlechte Einfluss von Dirk Funk. Dirk würde sagen, das ist ein guter Einfluss in den letzten Jahren, aber ich muss es ja, ich gestehe ja dann auch ein, wenn ich da Quatsch drüber erzähle. Wie gesagt, die Differenzierung, dass Sport und E-Sport zwei unterschiedliche Themen sind, würde ich schon noch sagen. Man kann aber beide Ansätze auch irgendwie, also natürlich haben die Schnittmenge, logisch. Ich sage nur trotzdem, dass es, also bei mir ein Turnaround ist und ich finde es unfassbar beeindruckend, diese Grenzen sind halt einfach, also es gibt keine und das ist krank. Das ist wirklich krank. Also man muss einfach einsehen, ich meine so sehr, wir alle in unserem Sport hängen und es wird ja, der Sport wird ja nicht aussterben, aber der Unterschied ist Sport. Nein, es wird auch immer ein Milliarden-Business bleiben, klar, keine Frage. also und Profisport wird es auch immer geben. Es wird auch, solange es natürlich weiter dieses Förderungsprinzip gibt, wird es auch weiter Randsportarten und Nischensport geben, dann als Profisport gefördert und so weiter. Immer schwieriger. Die Großen werden sich immer durchsetzen, das ist klar, aber trotzdem wird es einfach dieses Breitensport und das halt der normale Jugendliche aus Prinzip halt erstmal Sport macht, das wird in zehn Jahren aller spätestens nicht mehr der Fall sein so. Dann wird halt genau diese andere Sparte, ich meine, wir reden jetzt ja von E-Sport mit Leuten, die wirklich da Karriere machen wollen und auf Tournaments dann irgendwann Earnings haben, wir reden ja einfach von dem Prinzip, dass die Leute dann als Haupthobby und gar nicht Hobby, sondern als Hauptlebensausgleich zocken. Und es geht ja noch nicht mal um Zocken, weil da haben wir jetzt ja auch schon drüber geschnackt, weil wir das ja auch mal machen wollen. GTARP, das ist halt wirklich die Zukunft. Und gerade jetzt... Na gut, jetzt wo Mark Zuckerberg sagt, Meta geht durch die Decke so, dann bist du halt... Ja, was wird denn passieren? In zehn Jahren spätestens wird es dann genau dieses GTARP, dass du auf einer Welt bist, mit den Leuten interagierst, da rumläufst, sein kannst, wer du willst, so aussehen kannst, wie du willst und das wird es dann geben mit irgendwelchen Sensoren, dass du dann spürst, wenn der virtuelle Charakter zu dir kommt und dich am Arm berührt, dann spürst du das, dann hast du auf einmal körperliche Nähe, virtuell, dann kannst du wahrscheinlich Anfang Geschlechtsverkehr mit Personen haben, die du virtuell kennenlernst und dann leben wir halt, klar, das ist dann eine Dystopie, weil dann haben wir dieses Ding, was auch in Japan ja schon passiert, dass es da Statistiken gibt, dass die jungen Männer alle kein Interesse mehr haben an Geschlechtsverkehr, weil in Asien schon die Sexroboter und diese ganzen auch Spiele, dass du so eine virtuelle Freundin hast, wie so ein Tamagotchi, dass sich das so krass durchgesetzt hat. Das Thema mit der wachsenden Weltbevölkerung auch erledigt irgendwann mal. Ja, so vielleicht ist das ein Blessing in the Sky, wie Sir Anethegen sagen würde. Ja, dass das vielleicht irgendwann dazu führt, dass wir unser Planeten nicht überpopularisieren, aber das ist halt so das Ding. Also das wird es geben und das ist ja auch, mein Gott, was ist das für ein Mindfuck, wenn du dann am Ende dich halt wirklich, wie es ja heutzutage schon dann diese, wie nennt sich das nochmal, diese VR, ja diese VR-Dinger, setzst du dir dieses Headset auf. Das ist ja nur der Anfang. Aber das ist ja noch, das ist ja noch viel zu schlecht. Aber dann irgendwann reden wir wirklich von den ganzen Sensoren, du kannst erleben, was du willst, du kannst wahrscheinlich schmecken, riechen, alles und so. Und dann ist es halt wirklich allerspätestens vorbei. Dann lass jetzt in die... Dann bist du Outsider, wenn du Sport machst. Ja, lass uns in diese Meta, lass uns in diese Meta-Kryptowährung das erste Mal unser Geld reinwerfen einfach. Ich nehme alles, was ich habe, take my 67 Euro. 12,40 Euro. Ja. Das sind seit gestern nicht mehr 67 Euro, weil wir 15 Euro in ein Kochspiel investiert haben. Was für nur noch. Lassen wir refunden. Ja. Ja, ist spannend. Ich habe noch eine Sache, auf die ich mich sehr freue und danach können wir über Volleyball reden, Dirk. Ich gehe morgen, wir machen morgen unsere Meisterfeier, unser Teamabschluss. Oh, ist so geil. Ich bin so neidisch. Morgen wird offiziell im Wald, Team Witten oder beziehungsweise Team Walkenhaus Winter begraben, Alter. In Ennepetal bei Hans. Hört sich traurig an, aber es wird glorreich, weil ich hoffe, wenn Hans, hört er Hans in seinem Podcast? Ich glaube nicht. Oder er wird es nicht zugeben. Ich weiß nicht. Hans hat schon unterschätzt, konsumiert er irgendwie oder er kriegt es zumindest mit. Er kriegt es immer mit, über seine Söhne auch. Ich habe immer E-Mails mit, meine Söhne haben mir zugespielt, das so in die Richtung. Naja, falls Hans das hört, ich hoffe, er ist nicht sauer, dass du mir dann ganz gerne diese Mails von ihm dann auch mal weiterleitest, weil du das einfach, also du hast halt immer Interesse daran, dass ich das sehe, weil du auch weißt, dass ich das dann einfach unfassbar geil finde, die Art, wie Hans das schreibt und das ist halt so herrlich und diese Einladung und diese Begründung, wie die Tagespläne da aufgebaut sind bei eurem Trip, wo ihr dann bei potenziellen Minusgraden und ein bisschen Schnee, bei Feuer und dann mit einer Anleitung, wie man sich gut kleiden sollte. Ich kann das ja mal vorlesen, ist doch nicht so schlimm. Machen wir gerne, ja. Also erstmal ist die, der Betreff ist auch so geil, Nachtlager, Hihi. Früher nannte man das also Nachtlager, so mit übernachten. Also für euch zur Info, es ist geplant, Stuhli, Hans, Katsche, Sven und ich am Lagerfeuer mit Fleischtopf bei Hans in Ennepetal mit übernachten und am nächsten Tag noch Frühstück. So, das ist der Plan. Sehr, sehr geil. Bierchen trinken und jalla. Also bis auf den Fleischtopf, aber ansonsten halt Traum. Ja, okay, das Essen, da weiß ich, dass du da aber, der Weib wirklich am Lagerfeuer zu sitzen, danach zu stinken wie Sau, draußen ist es kalt, aber am Feuer geht's klar. Wenn dir kalt wird, der Fehler wird wieder sein, du stellst deine Füße zu nah ans Feuer, der Schuh schmilzt fast. Ja, solche Sachen werden passieren. Also nun scheint, also nicht anscheinend, sich ein schon lange avisiertes Treffen bei mir doch einzufinden. Bei mir doch einzufinden. Da ich nicht weiß, wie valide eure Wischapparate mit der Witterung umzugehen wissen. Wischapparate übersetzt sind Smartphones. So, also das sagt er immer, das sind unsere Wischapparate. Ja, von mir ein paar Vorbemerkungen. Es wird sicherlich schon abends zum leichten Schneefall übergehen. Ennepetal, kann sein. Also ich habe jetzt auch nicht so richtig gesehen. Aktuell bei mir minus zwei Grad. Nachts dann ordentlich kühl. Natürlich wird das von Sven zu unterhaltende Feuer genug Wärme spenden. Also Sven, klar, muss das Feuer machen. Wir sitzen nur dummer rum und machen uns drüber lustig, dass er scheiß Feuer macht. So wird's laufen. Gleichwohl können wärmere Kleidung anbei so wie leicht isoliertes Schuhwerk, in Klammern, also Aliletten nicht ganz geeignet, Klammer zu. Das war, glaube ich, ein Front an dich vielleicht. Zum Wohlbefinden beitragen. So ist das auch so geil. Den Topf werde ich schon Donnerstag zum, schon Donnerstag zum Köcheln und Garen erhitzen? Ist das so ein Ding? Also er fängt heute an, dass irgendwie Köcheln und... Das ist krass dann, glaube ich, ja. Okay. Zum Schlafen irgendwann gibt es im Nachbarhaus ein großes Doppelbett, eine große Matratze, bla 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 bla. Für den kalten Morgen habe ich am großen Feuer oder in der Schale draußen eine Spiegeleier-Speckorgie im Kopf. Oh Gott, oh Gott. Anmerkung, wie Stuhli sich rückschauend erinnern wird, bei Schnee und Frost Holzspalten ist nicht jedermanns Sache beziehungsweise durchaus schwere Verletzungen provozierend. Es wird also genügend gespaltenes Holz zur Verfügung liegen. Ich wünsche uns ein schönes Treffen bis dahin. Gruß, Hans. Herrlich. Herrlich, wirklich. Das sind wirklich schöne Momente, wenn ich diese E-Mails lese. Also es wird auch morgen, ich sage, es wird morgen erst mal sehr witzig, aber auch wirklich zum anderen auch sehr sentimental so ein bisschen. Also es ist nicht so, als würden wir uns dann irgendwie heulen in den Arm liegen, das ist Bullshit. Aber ich, seitdem der Termin feststeht, denke ich echt drüber nach, was diese Gruppierung und diese Menschen an Skills, nicht im Volleyball so, sondern was das in den letzten Jahren mit mir gemacht hat und was die aus, was die, dass die aus einem Vollidioten noch größeren Vollidioten gemacht haben in den letzten Jahren so. Aber halt auch ein paar Werte weitergegeben haben, die glaube ich sehr, sehr unik sind und die ich glaube ich schon noch ein paar Jahrzehnte weitertragen werde so. Unter denen ihr jetzt leidet, auf der anderen Seite aber auch akzeptiert, dass ich die habe so, weil die irgendwo auch Sinn machen und das ist ja größtenteils Hans und das ist einfach geil. Und überlebt mal, ich mache ja sonst nichts Soziales, aber morgen mit einem 76-Jährigen im Wald sitzen und Bierchen trinken und Topf essen, äh, Fleischtopf essen oder so, ist halt, ist halt unfassbar. Ich bin auch gespannt, mit welcher Form du dann am Samstag ins Bouncehaus studierst. Boah, da können wir mal, ich werde so Kopfschmerzen haben, ich werde die ganze Zeit im Rauch sitzen, werde irgend so ein, Aber dann zieh dich wirklich gut an, nicht, dass du jetzt so krank wirst oder so eine Scheiße, ne? Ne, ist nicht geplant. Ja, also da machen wir auf jeden Fall was Vernünftiges. Ja, aber das ist geil, Mann. Das ist ja das, also ich finde es gerade halt immer krass, weil bei Hans, ich meine, jeder auch da, der da so ein bisschen tief drinsteckt und schon einige Storys gehört hat, ist ja diese Storyline, dass natürlich viele SportlerInnen auch in den letzten Jahren dann an Hans Art gescheitert sind oder damit nicht klarkamen und du da auch eine Geschichte und eine Story drüber schreiben könntest in irgendeinem Magazin und sagst, dass die Art von Hans Vogt nicht geht und wie der mit den Leuten umgeht und was da für Worte und Sätze fallen und was für eine Art der hat, aber wenn du dich halt darauf einlässt und vor allen Dingen es schaffst, dass Hans dich als Person und dann auch als Sportler als seinen Athlet dann auch akzeptiert, dann hast du eine ganz besondere Zeit, Mann und das ist wirklich also ein ganz besonderer Mensch und ganz besondere Erfahrungen, die du mit ihm dann auch machen kannst, was glaube ich dann selbst auch so ein Bengel wie Sven sehr, sehr appreciaten kann und das ist schon geil, finde ich richtig cool, dass ihr das wirklich nochmal macht, ja auch zu einer Zeit, wo das auch ganz gerne mal so verwaschen könnte, so verschwimmen könnte jetzt so. Wir hätten es ja auch früher gemacht, aber es ging halt nicht, weil Sven war im Urlaub, dann war Tommy im Urlaub, die haben sich so genau überschnitten, dann war Stuhli im Urlaub, also die haben wirklich sechs Wochen dann Urlaub gemacht, dann war Sven jetzt in Itapema so, dann macht es keinen Sinn, Freitag sich an irgendein Lagerfeuer zu setzen und was auch immer und jetzt ist halt die erste Chance. Ich glaube, Tommy hat dafür extra jetzt irgendwie drei Tage Training mit Clemens nach NRW gelegt oder sowas, weil Nils ist glaube ich gerade bei der Bundeswehr oder so und dann ist der halt Habe ich gesehen letztens hier, One-on-One-Training, hat Tommy wieder ein ganz feines Pässchen gespielt und dann hat Clemens den eindetoniert mit seiner neuen angepassten Schlagschleife oder mei in der Fresse. In dem Schlag war noch nix Neues. Tommy, in dem Schlag war noch nix Neues. Das war Tommys Zuspiel. In dem Schlag war noch nix Neues, ey. Ja, so, das war meine Themen. Ich freue mich wirklich sehr und ich werde auch nächste Woche berichten, wie schön das war. Ob ihr wollt oder nicht, ich finde, das ist guter Content, ey. Das wäre ich. Ja, ja. Und ich finde es halt schade, weil darüber müsste man eigentlich einen Vlog machen, aber wenn ich da mit einem Wischapparat oder sonstiges auftauche und den rauskriege, wird der halt ins Feuer geworfen. Ich habe jetzt schon gesagt, also nochmal, Hans, wenn du das hörst, ich weiß, das hört sich jetzt schwierig an und dich nervt das dann eigentlich auch, aber wir würden das produzieren, du müsstest nichts machen. Es gibt ja auch regelmäßig, du schickst mir ja auch, wie gesagt, Hans, ich hoffe, du bist nicht böse. Manchmal habt ihr so euren Schriftverkehr und dann geht es eigentlich nur darum, dass Hans dir so ein paar Updates schreibt. Und gerade auch so seine Ansichten über das, was gerade so passiert, sei es in der Volleyballwelt oder auch allgemein in der Welt, in der Gesellschaft. Killer-Format, wenn du dann immer so Hans sitzt vom Lagefeuer, hat meinetwegen auch dann so einen Zettel, dass er so ein bisschen dann seine Gedanken ablesen kann, weil er halt auch unfassbar gut daran ist, halt so Texte zu schreiben. Und wenn er da denn mal so den feinsten Realtalk aus der Zentrale von Hans Vogt einmal so, meinetwegen auch monatlich, nicht wöchentlich, monatlich, das wäre überragender Content. Meine Fresse. Ich werde ihn morgen einmal darauf ansprechen und versuchen, das Format durchzusetzen. Ja, schon eine, dass du mir danach seine Reaktion wiedergeben kannst. Ganz genau. Vielleicht müssen wir das so als, oder er macht wirklich der Hans Vogt der Leserbrief des Monats oder so. Und wir posten den auf Instagram und der wird veröffentlicht. Also wir lesen den hier vor oder so oder whatever. Irgend so einen Scheiß können wir theoretisch machen. Da lässt er sich vielleicht drauf ein. Wenn er sich das andere nicht einlässt, der ist auch immer noch sauer auf uns, weil wir seinen Bericht noch nicht veröffentlicht haben. Ja, aber auch das ist, ja, es war auch ein wirklich schwieriges Thema. Ja, weil wir jetzt auch keine Plattform mehr haben, wo das so richtig funktionieren könnte. Das ist ja auch das Problem. Den werde ich mir morgen anhören müssen. Wahrscheinlich, ja. Wir müssen den echt irgendwie veröffentlichen. Lass uns mal Gedanken drüber machen. So, weiter im Text. Volleyball, der internationale Kalender. Jo, waren ein paar Leute ein bisschen empört. Ein paar? Keiner nicht, glaube ich, Alter. Ich bin ja in dieser IBVPA-Gruppe irgendwie. Das ist so geil, dass du da immer noch drin bist und nicht rausgeschlossen wirst. Ich zahle dafür aber auch 110 Franken oder so im Jahr. Ui. Ja, dafür, das sind dann die ganze Administration und die Reisen der Spielervertreter und so werden darüber halt refinanziert. Da macht sich keiner die Taschen voll, sondern es ist halt einfach diese, ja, und dann bist du aber auch in dieser WhatsApp-Gruppe. Witzig ist, diese Woche ist dann irgendwann ausgetreten, Mirko Gershon. Der ist ausgetreten aus der Gruppe, aus der WhatsApp-Gruppe. Das fand ich ganz witzig. Ja, der Kalender wurde veröffentlicht. Und das ist halt, wie erwartet ist das halt in eine Hose gegangen. Kommunikation, wie auch, also wie auch vom Aufbau her ist das in die Hose gegangen und die Spieler, ich kann nur sagen, die Spieler sind nicht so amused, aber auch völlig verständlich. Jeder, der den Kalender sieht, kann sich ja seinen Teil dazu denken. Die groben Veränderungen. Wir müssen ja ausholen. Es gibt jetzt drei verschiedene Kategorien. Es gibt Elite-Turniere, es gibt Challenger-Turniere und es gibt diese Future-Turniere. Die Future lassen wir erstmal außen vor. Von denen sind auch noch gar keine in dem Kalender drin oder so. Es ist wirklich diese Basis, kommst rein, diese One-Star-Dinger, whatever, so in die Richtung. Haben Sie auch was von Umberto abgeguckt? Ist jetzt immer so ein bisschen Farbverlauf. Die Challenger sind so blau-lila, die anderen sind so orange-rot. Hat mich echt ein bisschen an unseren Scheiß da erinnert, den wir auch machen. Das ist die Frage, wer es von Wim abgeguckt hat. Naja. So, die größte Veränderung, fangen wir von oben an. sind mit einem 16er-Hauptfeld ohne Länderbegrenzung. Heißt, könnten 10 Amis drin spielen bei den Frauen in drei Jahren. Finde ich geil. Ja, ist aber so. Und keine Quali. Das heißt, es gibt einen 16er-Closed-Shop da im Endeffekt. Und das ist, also 16er ist halt heftig und darunter gibt es einen 24er-Hauptfeld-Challenger plus eine Qualifikation. Preisgeld, 300.000 Euro bei den Future-Dingern und 150.000 Euro bei den Challengern, aber insgesamt wohl. So. Das heißt, Kohle, eher so lala. Die 16er, die können schon gutes Geld verdienen. Das werden auch geile Events sein und so. Und der Taubgrund dafür, warum sie 16er machen und das Planer machen, ist, weil sie ein Chord oder maximal zwei Chords mit einem guten, mit einer guten, mit einem guten TV-Broadcasting am besten auf fünf Jahre am selben Ort zur selben Zeit haben wollen. So, das ist die Idee. und alle Ideen, die ich jetzt aufzähle, sind ja erstmal nicht falsch. Nö. Klingt ja erstmal alles, ist ja das, was wir jetzt auch gemacht haben im Endeffekt. Nur, und jetzt kommt der große Haken, nur haben wir halt nicht die Verantwortung, den deutschen Volleyball strukturell, also nicht die Verantwortung, da eine Punkte-Rangliste draus erstellen zu können, auch wenn unsere Formate theoretisch darauf möglich waren. Oder noch schlimmer, die FAWB zu unterstützen, dort ein Punkte-, ein sinnvolles Punktesystem drunter zu machen und dann auch noch auf die Bedürfnisse aller Spielergruppierungen einzugehen. Weil die größte Spielergruppierung, und dessen sind wir uns ja einig, ist ja eigentlich diese, die so Grenze, Grenze-Elite-Turniere so, bis hin zu Challenger-Ende dann ist. Also diese Teams 8 bis 32, die früher beim Forster gespielt haben. Das ist ja diese Mittelgruppe so, wo sie immer viel durchtauscht, wo dann Brauer Mösen mal einmal fast in der Quali sind oder sogar in der Quali sind wie in Wien oder so und sich dann wieder rausspielen müssen und dann irgendwie mal wieder plötzlich ein Turnier gewinnen und dann wieder beim Elite dabei sind und so. Also diese Themen. Ja, es sind über viele schon getroffen. Genau. Christian Fahrenhorst, der das mal durcherlebt hat, so diese Achterbahnfahrstuhl und so alles, ja. Ja, komplett. Und Kantorlose, alle. Also es gibt ja, ist wirklich so. Hier Born Crab, zum Ende, zum Beginn der Olympia-Quali jetzt 2021, also zur Wiederaufnahme und so. Alle diese Teams, also wirklich Weltklasse-Teams, gerade bei den Männern total heftig. Taylor Crab, jetzt mit einem Partner ohne Punkte und so. Ja, und der ist ja wirklich nochmal so. Und ich verstehe, also erstmal, jetzt muss man dazu sagen, der Kalender ist so, dass es ein paar Challenger gibt. Jetzt sind noch nicht alle Termine draußen, das war sofort. Aber jetzt kam schon wieder die erste, also dieser Kalender, der jetzt veröffentlicht ist, der hat drei Challenger-Turniere im März beziehungsweise im April. Dann ist von vom 3. April bis zum 5. Oktober, also der ganze Sommer, sind nur die 16er-Elite-Turniere, kein anderes Turnier. Deswegen auch die Reaktion direkt. Samuel Petlow schreibt direkt runter, ah, good to know, Challenger-Teams get an Off-Season in the middle of the summer. Lord Brunner, Theo Brunner schreibt nur, what a joke. Und dann auch ganz geil, Marco Kratiga, spontan, please help. Das ist geil, ehre, Marco, wirklich geil. Sehr, sehr gut. Ja, gut, man könnte jetzt sagen, geil für die europäischen nationalen Serien, weil dann sind alle Top-Teams den ganzen Sommer da, oder viele, weil von den Schweizer Männern ist keiner in den Elite-16. Von den deutschen Männern, zero. Bei den Frauen, ich weiß nicht, ob es Borges Hude vielleicht noch schaffen oder so drin, keine Ahnung, habe ich jetzt, habe ich nicht so den Read drauf oder so, würde halt bedeuten, dass die ganzen europäischen Top-Turniere halt auch in den Ländern dann, und das ist ja auch das Geile, klar, es wird dann wieder Host-Country und was auch immer Punkte geben, White Cards geben, aber es ist halt schon heftig, dass halt in diesen Ländern, wo dann in Europa gespielt wird, halt die Teams zum Teil gar nicht antreten können, beziehungsweise dann halt, so, und das ist halt, am Ende hast du von Anfang April bis Anfang Oktober frei als ein Weltklasse-Team. Als Team 16 in der Welt hast du frei. dann wurde, die Grundidee war natürlich, da eine hohe Durchlässigkeit zu machen und das Punktesystem anzupassen und so weiter. Hilft aber nicht, äh, Spoiler, wird nicht helfen, wenn die Turniere nicht parallel stattfinden, weil es funktioniert nur ein Austausch, wenn die, wenn die Top-Teams, die 9. oder 13. werden in dem Top 16, am selben Wochenende nicht das Challenger mitspielen können, wo dann die Halbfinalisten mehr Punkte kriegen, um sie dann zu überholen. Und dann in zwei Wochen oder in drei Wochen oder in vier Wochen, wenn die Zulassung für das nächste Turnier ist, wieder reinzukommen. Hilft nicht, wenn die, die im März und im April schlechte Ergebnisse gemacht haben und gemerkt haben, fuck, das könnte reichen, dass wir rausrutschen oder so, danach die Challenger spielen können. So, angenommen, 15. bis 18. September in Frankreich, das letzte Elite-Turnier, angenommen, der Saison. Die Teams merken, fuck, ich rutsche jetzt raus, weil ich schlechte Ergebnisse gemacht habe, spielen danach, haben danach Zeit, Top-Ergebnisse zu machen. In Ägypten auf den Malediven ist auch geil, so ein Ding auf den Malediven, so, ne? So, in China, in China und in Australien haben fünf Turniere Zeit, sich wieder in die 16 reinzuspielen oder den anderen die Chance zu nehmen, sich da reinzuspielen. Funktioniert also nicht. Dieser Austausch funktioniert nicht. Ja, ja. An sich ein gutes System, von den Punkten her, also es ist ja wirklich mit Durchschlässigkeit. Muss man dann ausprobieren. Ja, genau. Das ist so, also wenn die Turniere parallel stattfinden würden, dann ist das eigentlich nicht ganz gut eintaxiert, halt genauso mit einem Challenge-Sieg ist dann halt mehr als so ein Fünfter bei dem Elite-Turnier und so. Das ist alles funktioniert, würde funktionieren, aber halt mit diesem Twist, ich meine, außer es werden auf einmal noch ganz viele Challenger-Turniere da im Sommer aus dem Boden gestampft, aber wo sollen die herkommen? So. Ja, da sind noch welche in Planung, also du guckst ja auch drauf und siehst so ein paar Orte fehlen da im Sommer in Europa, wo du sagst, da wird schon noch was stattfinden, ne? Jetzt muss man dazu sagen, ich habe auch schon aus der Schweiz und, by the way, auch aus Hamburg, da steht jetzt ein Datum drin, an dem Turnier arbeitet noch keiner. Also da gibt es auch kein Vertragskonstrukt und sonstiges zu, also es ist ja schön und gut. Einfach mal reinschreiben, komm, das ist das Wochenende, was wir geblockt haben, wird schon irgendwie hinkommen. Das Gute ist, in Hamburg weiß man, dass es eine Stadt hat, die da viel Kohle rein investieren wird, würde im Zweifel schon funktionieren irgendwie, ja. Es wird schon irgendwie funktionieren, plus du musst ja auch nicht vier oder fünf Korts machen, sondern diese, so wie es jetzt zum Beispiel dieses Jahr war, mit diesem einen Außenkort und dem einen Kort im Roten Baum oder so, würde das ja ausreichen, so. Aber es ist halt einfach krass, dass diese, und dann ist das Geile, und jetzt habe ich es ja mitgekriegt, auf Rückfrage, das ist halt so geil, die Spieler rasten aus, auf Rückfrage der Spieler kommt dann die Info, naja, wir sind ja noch in Planung, ja, warum veröffentlicht ihr das dann? Ja, weil wir dachten, ihr braucht jetzt mal eine Planungssicherheit. Also wenn du nur 50 Prozent der Turniere streust, mit der Gefahr, dass du einen Shitstorm von den Spielern kriegst und die mega unzufrieden sind, weil eh schon viele Veränderungen auf die zukommen, da muss da, und das ist halt das Geilste, weil wir merken das ja jetzt auf kleiner Ebene zwischen deutschen Spielern, DVV-Vorstand, DVS oder sonstiges, da geht es nicht, obwohl wir 200 Kilometer auseinander wohnen, weltweit Katastrophe. Da kommt ein neuer Investor rein, der hat einen Businessplan und eine Businessidee mit irgendeinem Paymodell und das ganze Jahr und Planbarkeit oder so, was erstmal grundsätzlich nicht falsch ist. Die FWB verlässt sich auf den, die Bedürfnisse der Spieler und die Qualitäten oder die Chancen und die Möglichkeiten, die ja, oder überhaupt die Qualität, etwas zu verstehen von den Spielern und den Trainern, die wird überhaupt nicht in dieses System reingeworfen. Da kommt irgendein Wirtschaftsunternehmen, baut die Idee vor, die FWB sagt, aber wir brauchen noch das, wir brauchen noch das, wir brauchen hier eine Durchsässigkeit und da noch Punkte für eine Olympia-Quali und am Ende ist die Idee scheiße. Und genau das ist jetzt der Stand dieser neuen Tour. Es ist einfach jetzt gerade, ich sage nicht, dass es scheitert, aber jetzt gerade ist es scheiße. Für alle Spieler, aber auch für die Promoter und auch für, also, das, was immer gefährlich ist, wenn man dann zu krass direkt alles verändern will und es vielleicht nicht hundertprozentig durchdacht ist und man muss ja auch mal auf die nächste Ebene gehen, wenn du jetzt mal die ganzen Teams anschaust oder auch, was das für Walkenhorst Winter bedeutet hätte. Ich meine, ihr kennt das ja, ihr seid schon immer natürlich oft auch weit weg irgendwo hingefahren, dann auch oft zu den Turnieren, die vielleicht ein bisschen schlechter besetzt sind, weil es auch immer, die in Europa sind halt auch oft die, die am besten besetzt sind, weil die Leistungsdichte in Europa halt einfach am größten ist. Aber wenn du jetzt mal hinguckst, einfach drauf schaust, so Walkenhorst Winter, um irgendwie sich da in die Challenger-Turniere überhaupt reinzukommen und da Punkte zu sammeln, geht es nach Mexiko, nach Brasilien, einfach Malediven, what the fuck, wie unfassbar teuer und einfach alles so unfassbarer Aufwand weit weg, zweimal China, Australien, das ist halt heftig, also das macht es noch viel komplizierter und die Hürde, dann auch wieder zu denken, lohnt sich dieser Scheiß-Hustle überhaupt da noch, so noch ein größeres Ding jetzt geworden dadurch. Du machst, das ist jetzt dieses klassische, also das, was das jetzt gerade aussagt, wenn da nicht grundsätzlich jetzt noch was passiert ist, alle mittleren Teams, außer die wirklich brutalen Support von ihren Verbänden haben, im Hinblick auf Olympia oder so, hören auf. Können sich das eigentlich nicht leisten. Also wie denn? Malediven, ne? Wie teuer soll das das bitte noch gehen? 13. bis 16. Oktober Malediven, du fliegst da hin, ich weiß nicht, wie viel Zeitverschiebung da ist, ist auch egal, du fliegst vier Tage vorher hin, Akklimatisierung oder whatever, ja, fliegst da hin, bist fünf Tage vorher unterwegs, zahlst Flug, Hin- und Rückflug 1000 Euro oder so, pro Person nimmst du auch einen Trainer mit 3000 Euro, dann hast du noch 1000 Euro Extrakosten, Hotel für die Woche, bis du zum Hauptfeld bezahlt wirst, beziehungsweise bis das übernommen wird oder nicht. Das heißt, du hast 4000 Euro Kosten. Jetzt nimm die 150.000, äh, 150.000 Euro Preisgeld, Dollar, und teile die mal durch die 48 Hauptfeldteams beider Geschlechter. Merkst du was? Also der erste kommt vielleicht 0-0 raus, so, oder kommt whatever raus, ne? Ich hab keine Ahnung, ich kenn die genaue Aufteilung nicht so informiert. Keine Ahnung, man, vielleicht wird das dann so ein Highlight, dann müssen die Beachvolley-Probisse müssen dann sparen, weil sie sich denken, boah, hier 13, der 16. Oktober, da ist bei uns in Europa eh kalt, dann Malediven, wie geil ist das denn? Vielleicht wird das so. Ja, die Ebene dann. Und dann, das war ja auch schon eine Diskussion jetzt schon vor ein paar Monaten im Sommer, und dann fing dann an so, ja, wir können nicht mehr Preisgeld raushauen, ähm, wir versuchen die Turniere natürlich auf der ganzen Welt irgendwie aufzuteilen, damit die Reisekosten nicht so hoch sind, äh, Spoiler, nicht gelungen, stand jetzt. Nee. So, ähm, und dann gab's aber auch so, ja, so Refunds, so Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man so Clinics oder so anbietet vor dem Turnier oder nach dem Turnier, dass man halt so irgendwie Schülertrainings macht oder so für 200 Dollar dann am Tag oder so eine Scheiße, weißt du, dass man da als Spieler dann, also dachte ich auch so, Bruder. Also da noch so eine nächste Ebene, mehr Commitment dann auch noch und solche Geschichten da reinzumachen, weiß ich nicht, ey, wirklich. Das ist so ein Gift, Alter, und das Beste, wirklich, das Beste Entertainment diese Woche war, in diesem Handy hier liegt meine, liegt meine, diese IBVPL-Gruppe und die ist einfach wirklich Gold, weil da wirklich ja die Besten der Welt einfach nur sich darüber auslassen, wie dumm das ist und so. Also, ich will jetzt auch mit... Was glaubst du denn, wie sehen das denn jetzt so hier, die besten acht Teams, die, die so richtig komfortabel im Sitzel sitzen, doch keine Gefahr laufen, da eigentlich rauszufliegen, weil sie zu gut sind. Die werden alle Elite-Turniere spielen, werden auch mal Challenger einstreuen, wenn es ihnen passt und werden so gute Ergebnisse machen, dass sie da nicht rausholen sind. Also klar, Mulsorum und Co., aber auch die anderen dahinter. Also zum Beispiel Mulsorum, die haben diesen Call, so dieses, ja, natürlich ist das nicht optimal, aber ist die einzige Chance, dass wir es irgendwann mal hinkriegen, Kohle in das System zu kriegen und mal Nachhaltigkeit. Weil früh TV-Verträge um die Jahreszeit dort, fünf Tage mit rein und so, dann den Leuten auf fünf Jahre, auch den Partnern auf fünf Jahre dann irgendwie diese, jede Woche dann eine andere Präsenz auf diesen Turnieren anzubieten und zu sagen, ey, an dem Wochenende bist du in Südafrika, 20 Stunden im TV und hast da deine Präsenz und so. Betriebswirtschaftlich macht das Sinn. Für die Sportart ist es das Problem und es gibt jetzt meiner Meinung nach zwei Optionen. Du kannst es betriebswirtschaftlich so machen. Es ist ja kein Problem zu sagen, wenn du dich dafür entscheidest, zu sagen, ey, wir nehmen 16 Teams, reisen mit denen wie so ein Zirkus durch die Welt und versuchen da, die Kohle maximal hochzufahren und Attention zu machen und das dann vielleicht irgendwann runterbrechen zu müssen, weil die Sportart gerade an dem Punkt ist. Dann sage ich, das ist okay. Aber dann musst du nicht versuchen und dann tu doch auch gar nicht so, so eine Halbgare, so eine Halbspangerschaft zu machen. Tu doch gar nicht so, das irgendwie für alle Sportler gut zu machen oder whatever. Dann gibt doch, dann sollte, also meiner Meinung nach sollte die FAVB einfach denen sagen, ach, so wie früher mit der Major Series, als Hannes Jagerhofer gesagt hat, ey, ich mache sieben, acht Turniere, ob die FAVB dabei ist oder nicht, ist mir egal und plötzlich haben sie das Preisgeld um 40 Prozent angehoben. Dann sollen die denen für eine Fee das geben und mit denen im Austausch sein zu sagen, pass mal auf, an den Wochenenden und so brauchen wir frei, weil da machen wir ein Olympia-Quali-Turnier. Olympia-Quali. So wie es ja jetzt schon zweimal war, zwei Spots werden da übergeben, einer wird für den WL-Meister und so, der ist dann schon zweieinhalb Jahre, Plavis Doxin schon zweieinhalb Jahre qualifiziert, können sich an Eiern krauen und dann Olympia spielen oder so. Mach doch einfach, so wie in anderen Sportarten, mach doch einfach Quali-Turniere und danach kannst du den großen Zirkus einfach spielen lassen. Du kannst auch Janis Smedins, dann kannst du die Ländergrenzen aufmachen, du kannst eine Preisgeldrangliste machen wie beim Darts oder whatever, gib das einem und sag, macht viel Alarm und wenn ihr mehr auszahlt, die Spieler dürfen da spielen. Das würde sich mir erschließen. Aber dieses dieses Konstrukt, dieses Kommerze-Konstrukt, was dann dahinter ist, nicht negativ gemeint, das ist eine Idee, wie man Geld reinkriegen kann und Planungssicherheit, gar keine Frage. Aber dieses Kommerze-Konstrukt mit den Bedürfnissen einer Olympia-Sportart, wo es so wichtig ist, Olympia und Quali und bla und bla und bla was irgendwie zu verbinden und sich um alle zu kümmern, also maximal Kommerzenansatz, maximal Reichweite, maximal Umsatz und sonstiges damit zu verbinden, dass man aber die soziale Gießkanne für alle Spieler, die in jedem Level sind oder so, das funktioniert fucking nochmal nicht. Das funktioniert nicht. Und da würde ich mir entweder wünschen, das abzukapseln und zu sagen, ey, Volley World, macht euer Ding, alles gut, macht halt mit Preisgeld, macht eine eigene Preisgeld-Rangliste und so weiter und dann ist alles in Ordnung. Aber den Hauptzirkus mit 16 zu spielen und dann das aber irgendwie doch noch wichtigste Turnier alle vier Jahre mit 24 zu spielen, erschließt sich mir schon nicht. Bei der Beach Volley World hier oder was auch immer, macht es Sinn, weil das Finale zum Beispiel dann nur ein Zehner ist und dann auch mal richtig Kohle gibt. Also da brichst du runter. Sechzehner und die besten Zehn qualifizieren sich fürs Finale. Das ist logisch. Aber mit 16 das Produkt zu gestalten und dann am Ende 24 zu spielen zu lassen, macht null Sinn. Es macht keinen Sinn. Es ist einfach nicht zu, also es ist wirklich, es ist so eine, es ist ein Kompromiss aus allen, aus allen Stakeholdern, die irgendwie dran sind und dadurch, dass jeder, also das alles irgendwie so zu 80 Prozent umgesetzt wird, sehe ich da, sehe ich schwarz. Und das Gute, das einzig Gute ist, ist die Spieler, und das sage ich ja immer wieder, Spieler sind erstmal abhängig von ihren eigenen Verbänden, weil am Kacken hält die am Endeffekt, dass sie die Trainer und alles bezahlt kriegen und die reisen am besten noch und fahren zu den Turnieren und wenn sie halt, wenn sie halt März, April und Oktober, November auf Challenger Turniere fahren und dafür ihr Jahr bezahlt kriegen, ist okay. So, dann spielen sie im Sommer irgendwie ein bisschen die nationalen Serien oder whatever, dann finden sie es noch in Ordnung. und solange die so abhängig sind, wird es halt auch leider, wird es halt leider, werden die Spieler zu dumm bleiben und zu sehr konsument bleiben, als dass sie das Maul aufmachen würden. Und deswegen, in so einer WhatsApp-Gruppe ist das immer anonym, aber es wird ja nie passieren, dass die Spieler sich zusammenrotten und sagen, ihr habt da wirklich völlig, völlig einen weg. Na gut, finde ich spannend, aber dann ist es vor allen Dingen wahrscheinlich so ein bisschen dieses Olympia-Argument, weil ansonsten wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich weiß nicht, ob sich das bei dir geändert hat, auch hier im oberen Stübchen, aber ich weiß ja, dass du vor ein, zwei Jahren da auch mal so ein bisschen auf die deutsche Tour raufgeguckt hast und auch eher so den Ansatz gefahren bist, ey, wenn wir das Ganze hier geil machen wollen, vernünftig, dann brich es halt runter. So, dann versuch jetzt nicht hier einen Sozialstart zu machen, sondern dann nimm halt die besten Teams, zieh eine richtig geile Tour auf, dann meinetwegen mit einem Achterfeld und zieh durch. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich fast ein bisschen vermutet, dass sich die Idee eigentlich fast ein bisschen mehr abholt, weil so die Message dann ist, ja, get good kids, so. Die Leute wollen halt die 16 Besten der Welt sehen und die 20 Teams dahinter, eine gewisse Durchlässigkeit, muss sein, klar, damit die Rising Stars, sei es die jungen Schweden oder sonst wer da hochkommt schnell, aber dass das eine richtige Entscheidung ist. Also, da hätte ich jetzt vermutet, dass es vielleicht bei dir mehr in Richtung gehen könnte. Ja, aber pass auf, es gibt ja einen großen Unterschied. In Deutschland gibt es sechs bis acht Teams, die professionell Sport machen und danach kommt ein riesen Cut und dann wird das Niveau schlechter. Das ist klar. Hier trifft es schon so die Teams so teilweise von 17 bis 30, das ist dann schon wirklich heftig. Ja, und wie viele von den 17... Die nachweislich alles geben. Ja, und die auch nachweislich auch schon Medaillen geholt haben auf höchstem Niveau. Also, wie viele verschiedene vier Sterne Medaillensieger bei den Männern zum Beispiel gibt es denn, da müsste mal einer ausrechnen, habe ich nicht gemacht, gibt es denn in den Olympia-Quali? Ich sage mehr als 16. Safe, ja. Oder Halbfinalteilnehmer oder so. Das heißt, es gibt eher 25, 30, die in der Lage sind, ins Halbfinale zu kommen. Das, was da jetzt versucht wird, ist so ein bisschen mit dem Tennis und so. Ja, okay, da sind es immer am Ende dann doch dieselben sechs oder so. Aber auch da gibt es ein großes Feld und dann scheiden die aus und am Ende sind es die großen sechs, die die letzte Woche alleine bestreiten. Alles gut. Ich finde halt... Ach, das ist... Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, so. Aber Tennis macht es ja... Tennis ist ja... Also es gibt immer nur diese Bürde, dieses, wenn der Weltverband sagt, Olympia ist das Wichtigste und wir müssen alle Ranglisten-Sachen konform darunter machen, ist es okay. Tennis scheißt ja nachweislich auf Olympia. Da wird ja immer nur diskutiert, gehen die Topstars hin oder nicht? Dann sagt Federer, ich habe keinen Bock. Dann spielt Djokovic und Zverev gewinnt aber am Ende, weil Djokovic... Deswegen gewinnt ja da so oft irgendwer so. Ja, genau. Dann ist es okay. Aber solange Olympia noch da ist, kann man parallel nicht etwas aufbauen, was gleichwertig ist, wenn das hier zu viel Einfluss nimmt. Also wenn Olympia zu viel Einfluss nimmt, das passiert nicht. Und das ist nicht zu Ende gedacht. Und solange die Spieler abhängig von olympischen Förderungen in den einzelnen Ländern sind und nicht wie beim Tennis von den Preisgeldern leben können und von unmenschlich viel Vermarktungskohle leben können oder so, kriegst du das nicht alles unter einen Hut. Und deswegen ist das, was da jetzt gerade veröffentlicht wurde, auch in der Reihenfolge, du kannst doch sagen, also das ist auch so dumm, montags irgendeinen Kalender zu veröffentlichen, ist auch einfach so unfassbar dämlich. Du kannst doch sonntags eine E-Mail schreiben an alle Spieler, sonntags abends um 22 Uhr europäischer Zeit, whenever, und sagen, Leute, wir werden morgen veröffentlichen, weil wir sehr gerne schon Tickets für die nächsten, jetzt vor der Black Week schon mal Tickets für Beachvolley World und Volley World verkaufen wollen und das jetzt gerade vergünstigt ist. Das ist ein Commercial-Ding. Seid euch dessen bewusst, dass wir in den Sommer noch Challenger-Turniere auch parallel zu den Elite fahren, damit es die Chance gibt, das zu tauschen und so. Machst du das, nimmst du 80% 80% Aggression von den Spielern weg. 80% Unverständnis, 80% negative Presse, die wir jetzt gerade auch machen. Aber es macht keiner, weißt du warum? Weil keiner von denen da oben Verständnis dafür hat, wie das auf die Spieler wirken wird und wie die Situation ist für die Spieler mit so einer Saisonplanung. Und das ist dumm. Das ist nichts anderes als dumm, weil es ein Gespräch ist mit zwei, drei gescheiten Leuten und eine E-Mail, die 20 Stunden, zwei Stunden bevor es auf Social Media, whenever, oder gleichzeitig veröffentlicht wird. Es ist egal. Aber das wurde nicht gemacht. Es wurde wieder irgendein Kalender da hingeballert. Das ist einfach nur dumm. Was ist deine Prägnose? Also wird es dann, kriegen die es noch irgendwie gekittet oder wird das dann so eine Saison, wo man sich dann festhalten kann in den tollen Turnieren mit den Besten der Welt und alles läuft super und hintenrum so im stillen Kämmerchen ist eigentlich ein riesen Shitstorm so beim ganzen Rest? Was glaubst du, wie läuft es? Ja, so. Also es wird einen riesen Shitstorm immer geben und die Spieler werden sich, das merke ich auch in der Gruppe, die werden sich niemals einig. Da sind noch mehr Interessen dran als in Deutschland, wenn es darum geht, die Nationalteams wollen hier nicht so viel spielen in zwei Tagen. Die anderen sagen, ich kann keinen Wochentag spielen. Die anderen sagen, ich will ein 16er Feld haben. Dann kommt der andere und sagt, nee, 16er Feld, du bist aber dick und machst gar keinen Sport. Warum willst du denn in der 1. Liga spielen und so? Das sind jetzt 5, 6 Bedürfnisse, die da aufeinander prallen. Hier prallen verschiedenste Sozialisationen, verschiedenste Gehälter, verschiedenste Grundkosten, verschiedenste Lebensphasen und sonstiges aufeinander. Das wird sich nie unter einen Hut bringen lassen und dann kommt noch dazu, dass da ein Weltverband ist, der ein Halenprodukt hat, was er pusht, ein Beachvolleyballprodukt, wo er jetzt froh ist, dass jemand developt und so ein bisschen mitnimmt und so, alles gut. Dazu noch diese Influence von Olympia, aber gleichzeitig irgendwie ein eigenes Konstrukt aufbauen wollen. Also das wird sich nicht, das wird auf Dauer nach aussehen, wird das gut wirken und so, alles schön und gut, aber das wird wenig, also wenig bringen. Und auch diese Plattformen, einfach nur stumpf, irgendwelche kommentierten Streams mit, also jedes Wochenende, Viertelfinale oder Halbfinale Katar gegen Norwegen, okay, kann man machen oder so, aber die werden schon... Geiles Niveau kann man sich immer geben. Ja, aber beim 16er wird dir zum Beispiel immer ein Karambula oder so wird dir fehlen. Kann passieren. Solche Spieler sind dann weg und das unterschätzen die, glaube ich, dass die Breite beim Beachvolleyball und dass da bei den Männern gerade zum Beispiel wirklich 20 unterschiedliche Medaillencontender sind jede Woche oder so, das unterschätzen die ein bisschen. Und ich glaube, dass sich da, das ist wieder ein Klassiker, dass sich da die wirtschaftlichen Interessen nicht genügend mit der Sportart beschäftigt haben. Merken wir doch jetzt auch so. Wir fühlen uns wohl mit den anderen Sportarten, die wir gerade andocken, weil wir da nicht... Nee, fühlen wir uns nicht, weil wir nicht so viel Plan haben wie beim Volleyball. Beim Volleyball machen wir alles mit hundertprozentiger Überzeugung, weil wir wissen, das und das macht Sinn. Und beim Hockey oder bei welcher Sportart auch immer, wissen wir es nicht. Können wir nicht einordnen. Und das ist genau das Gleiche, was da auf hohem Niveau passiert. Und deswegen bin ich echt ein bisschen... Ich bin gespannt und ich bin auch echt froh. Zum einen würde ich mich da gerne einklinken, weil ich habe ja jetzt... Eigentlich bin ich perfekt dafür, klingt jetzt total doof, weil ich habe nichts zu verlieren und ich habe vielleicht genug Background, um da richtig Druck zu machen. Lane Meppeling ist da jetzt da drin zum Beispiel. Ja. Jetzt aufgehört und damit ins Gremium. Ich habe das auch Anouk. Anouk, Wer steht Präst da ja auch drin. Und das sind Anouk und Lane sind die, die das vorantreiben. Ey, zwei Outstanding-Spieler, die haben was im Kopf, die sind top. Ich mag die beiden total gut. Ich habe mit Anouk einen guten Austausch gehabt die letzten Tage auch dazu. Am Ende ist halt das Dumme, guckt ihr den CEO von Volleyball World an, guckt ihr die ganzen Leute, die in Bremien sitzen bei der FABB an oder so und guckt uns unsere Sozialisation an, wenn da die zwei attraktiven 1,85 Mädels kommen und weil sie sehr gut erzogen sind, sagen, hey, die Spieler, das und das und sonstiges, dann sitzen die millionenschweren, die sich seit Jahren ihren fetten Ranz in ihren Leder-Sessel stopfen oder so sitzen da und sagen, war ja ein guter Versuch, aber machen wir nicht. Du musst halt da hin und du weißt jetzt doch selber, wie viel Druck man machen muss auf so ein System, hier schon, egal wo, im DVV schon. Wie ist das denn, wenn du da irgendwie bei der FABB oder sowas was erreichen möchtest? Da müssen, keine Ahnung, und der völlig aggressive Walkenhaus hier nochmal einen Tisch durchtreten oder so, damit da irgendwann mal ein bisschen Gehör kommt. Achtung, Trigger Warning, das hört sich jetzt wieder extrem sexistisch an, weil du natürlich wieder sagst, dass die Blonden-Mädels nicht in der Lage sind, da eine Ansage zu machen. das habe ich nicht gesagt. Die Ansage kommt nicht an. In diesen Gremien kommt die Ansage nicht. Ich habe nicht gesagt, dass das keine, das möchte ich mir mal ganz klar sagen. Ich habe nicht gesagt, dass das, was sie sagen, 100% richtig, die stehen für das Richtige ein, sie formulieren es nur falsch, beziehungsweise sie formulieren es sogar richtig, aber es wird aufgrund dessen, dass es aus dem Mund einer attraktiven, jungen Frau kommt, in solchen Gremien nicht gehört. Das ist die traurige Wahrheit, verdammt, das weiß doch jeder. Guck dir doch mal dieses FFVB-Board an, an dem die dann sitzen. Guck dir doch mal die Leute an, die da sitzen. Kannst du mir nicht erzählen, dass es anders ist. Also wenn es so, sehr gut, wenn es so wäre, aber wir sind uns doch alle einig, dass es so nicht ist. Ich lese, dass dann Clemens Doppler oder ein gut englisch sprechender Alisson Chirruti zum Beispiel da ein bisschen mehr Schlag hätte mit der Art und mit der reinen Präsenz, die sie da und dann auch mit der Ausstrahlung, die sie da bringen. Alisson darf es nicht, er ist vom Brasilianischen Verband, der wird ja um die Ecke gebracht, bevor der an irgendeinem Tisch sitzt. Ja, ist ja so. Ja, ist ja so. Und da ist das Problem. Und solange die Kompetenz, und das ist in Deutschland jetzt auch, solange die Kompetenz von ein paar Trainern und den Spielern alles über, also viel, viel höher ist, als das von den Leuten. Also, klar haben die Leute, die dort sitzen, mehr Verständnis für die wirtschaftlichen Belange des Verbandes als die Spieler und Trainer. Aber die wirtschaftlichen Belange runterzubrechen und das den Leuten zu erklären, um sie auf ein gescheites Level zu hieven, funktioniert eher, als irgendwelchen Funktionären zu erklären, was der Sport braucht und an welcher Ecke es gerade scheitert. Das ist so. Aber er wird nie passieren, der Ausstrahlung. Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil ich meine, erst mal, das ist ja wieder so der Klassiker, alle klammern sich an dem, wie es bisher war und fanden es so bisher geil, aber wenn du mal da die Prognose ist, wenn du alle Zahlen anguckst und sagst, ey, so gehen wir den Bach runter und so gibt es den ganzen Bums in fünf Jahren nichts mehr, dann gibt es nichts mehr. Dann könnt ihr gerne einen eigenen Verband aufmachen und das machen. Dann ist es so ein Ding, dass man dann vielleicht auch in einem Jahr oder in zwei dann erst mal applaudieren muss, weil erst mal ein wirtschaftskräftiges Projekt dann da mit Beachvolleyball kreiert wurde. Vielleicht ist das dann so, aber ich glaube, es gäbe einen vernünftigen Weg, da wie gesagt, vor allen Dingen ein bisschen mehr zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass sich da nicht alle gerade maximal in den Piep gepiept fühlen. Du kannst auch sagen, du kannst auch da hingehen als Volleyworld und sagen, pass auf, das hat jetzt jahrelang nicht funktioniert, das ist der Grund, die Grundkosten sind zu hoch, Promoter finden sich nicht, weil man da, keine Ahnung, sieben Tage, 48 Teams, 100 Teams, 40 Schiedsrichter, whatever machen muss, wir müssen da kleiner machen, wir müssen da planbarer machen, wir müssen einen Kord machen, es funktioniert nicht, also müssen wir Tode sterben. Und die FABB sagt, okay, wir sterben jetzt diese Tode, im Worst Case geben wir das Risiko ein, dass es nur noch 20 Profiteams auf der ganzen Welt gibt in Zukunft. Wenn du dir der Folge bewusst bist und dir auch offen kommunizierst und sagst, wir müssen den Weg gehen, das ist alternativlos, dann ist es noch okay. Aber die Leute in dem Glauben zu lassen, naja, wir kümmern uns auch um Level 2, 3 und sonstiges und ob wir es in der Kommunikation, wie auch in der Auseinandersetzung, wie auch in den Kapazitäten, ist es in keinermanns Interesse von da oben irgendwie Level 2, 3, 4 oder sonstiges heranzuführen, interessiert die einen Scheißdreck. Die haben doch überhaupt kein Interesse, dass Karambula bei einem Challenger spielt, wenn Elite gerade im Fernsehen ist, weil die Leute Schiss haben, dass sie in Skyball gucken wollen, anstatt Mursorum, die schon wieder gewinnen. Das heißt, du baust dir doch kein eigenes Konkurrenzprodukt als zweite Ebene hinter das erste. Machst du erstmal nicht, außer das erste funktioniert richtig gut, dann spreadest du. Und das wird nicht verstanden. Genau das ist die Herangehensweise. Siehst du ja, wir kriegen das alles hin und so wird alles besser Bullshit. Wenn du was veränderst, müssen immer irgendwo Tode gestorben werden und in dem Fall versucht man, die irgendwie nicht zu sterben, aber, und das trifft natürlich wieder die Spieler auch so, klar. Ja, da ist es ein bisschen traurig, die ganzen Reaktionen so damit zu bekommen. Am Ende sage ich das mal so, Dirk, angenommen, wir würden irgendwann mal wieder Beachvolleyball-Events machen, so im, dann international, international. Ey, Marco, Spontent und so, ne, hilf uns. Ja, Marco ist gut. Du hinter Marco als The Big Cat, Ne, 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 ich spiele nicht mehr. Gutes Team. Ich spiele nicht mehr. Naja, bist du so schlecht für. Ja, ist auch so. Ja. Ich bin echt aktuell maximal weit weg vom, also Beachvolleyball. Wie lange hast du nicht mehr gespielt? Also wie lange hast du keinen Ball mehr? 5. September habe ich letztes Mal Ball angefasst. Schon krass, ne? Ja. Ah, ich mache irgendwann über die Feiertage, spiele ich ein bisschen Ball da. Drei gegen drei, Robinson, Alter, das wird geil, ey. Kommst du da wieder mit so nach? Spiele ich drei gegen drei oder vier gegen vier? Vier gegen vier. Vier gegen vier. Und dann geht es wieder los. Ah, du bist groß. Du siehst so aus, als ob du vielleicht schon mal Volleyball gespielt hast. Ja, und dann werde ich mir zwei Wochen. Dann checken sie wieder nicht, dass du gut bist. Ja, dann gebe ich mir zwei Wochen Mühe, dass ich so schlecht spiele und die denken so, hä, wie kommt denn der Ball da immer an? So, weil ich so ein bisschen den Ball noch treffe. Das ist gut. Ja. Ja, sehr gut. Das ist mein Take zu dem, zu dem, zu dieser neuen World Tour, Beach Pro Tour. Ich bin gespannt. Also ich werde da so ein bisschen, bisschen Unfälle genommen rein in das. Bist du, also, ich bin erstmal auf das Produkt gespannt. Ich finde, das kommt voll darauf an, wie gut dieses Elite, elitäre Produkt dann ist. Und wie scheiße. Aber sie haben doch damit angefangen jetzt im Endeffekt. Jetzt beim, also, Ja, gut, Sie haben doch damit angefangen. Also du hast doch schon gesehen, was da jetzt passieren wird, jetzt beim, beim World Tour Final. Ja. Diese, die Aufmachung mit diesem bunten Farbverläufe, so sieht ja erstmal alles gut aus. Ist ja alles in Ordnung. Du hast den Tuts. Und wenn es da jetzt Partner dafür gibt, und wenn dann drumherum Beachvolleyball-Events gebaut werden, und da vielleicht abends noch ein Konzert ist oder so, whoever, dann funktionieren die Events auch vor Ort. Das kann ja alles, mag ja alles sein. Ist ja alles gut. Aber dann kannst du ja schon eine Meinung bilden. Das Ganze ein bisschen moderner machen, finde ich, finde ich gut. Also, ich finde das, was jetzt auch in der Halle dann funktioniert hat, gerade so mit so ein bisschen diesem ganzen Umbranding, das so auch auf Beachvolley zu applizieren. Du meinst zum Beispiel auch bei der, bei der Volleyball Nations League oder so. weil das schon auch sehr, sehr geil war, gerade wie sie die Geisterspiele umgesetzt haben. Deswegen sage ich ja, ich finde ja auch alles, wie die das aufmachen oder so, sieht super geil aus. Und ich glaube, da sind auch fähige Leute, die in der Lage sind, das einzuschätzen, wie man damit Geld machen kann und wie man da Geld reinbringen kann. Aber die werden es halt nicht schaffen, alle, alle Bedingungen oder alle Befindlichkeiten aller Ebenen da eben. Das ist glaube ich das Problem, dass sie da gute Leute reingeholt haben in das Projekt. Wirklich Leute, die sehr, sehr fähig sind, aber halt die wieder ja viel zu wenig Ahnung haben von dem Rest. So bestes Beispiel ist ja, da haben wir schon drüber gelacht, ist jetzt, die haben jetzt einen Trailer gebastelt für die Champions League in der Halle. So super aufwendig und super geiler Trailer. Und was ist passiert so? Sie werben dann mit drei Teams. Eins der Teams ist Zenit Kazan, weil sie nun mal das prägende Team waren, die alles rasiert haben mit Wilfredo Leon und so weiter. Wer spielt in diesem Jahr keine Champions League? Zenit Kazan. Also irgendwie ein bisschen verrückt und das hat wohl keiner gemerkt. Ja, das ist so dumm, Alter. Das ist halt wirklich einfach noch nicht, also das ist so dumm. Im Nachhinein werden sie dann sagen, ja, aber die waren ja in den letzten Jahren gut. Und die sind ja die Marke und die Spieler, die da sind, die spielen ja jetzt in den anderen Vereinen, die hier teilnehmen und so. Ja, ja. Bullshit, Alter. Ihr habt euch einfach keine Gedanken gemacht. Naja, ist auch so. Und das ist einer von vielen Fehlern, den wir dann aufzählen könnten, aber wie gesagt, ich will es nicht schlecht reden so. Man muss erst mal ein bisschen abwarten. Also alles, gerade aus Athletensicht ist das in Teilen eine Katastrophe. In großen Teilen bisher. Das ist so. Aber wie an sich dann jetzt das Produkt sein wird und sich weiterentwickeln wird und dann vielleicht mit diesem großen Tod, den dann leider viele sterben müssen, viele Athleten, die wieder eher dahin gedrängt werden, die Karriere früh zu beenden und irgendwas Vernünftiges zu machen, in Anführungsstrichen, das wäre dann sehr, sehr traurig. Aber das muss man dann auch erst mal in Teilen so ein bisschen abwarten. Ja, absolut. Und ich finde es auch spannend, wie die Spieler anders reagiert haben. Es gibt halt auch so ein paar, die sich da überhaupt keinen, also überhaupt keinen Kopf drüber machen. Die gehen halt einfach so, okay, das ist der Kalender, jetzt weiß ich, wofür ich trainieren muss, let's go. Weil die eh so denken, ja klar, ich will ja Erster werden bei allem und ich komme da schon irgendwie hin. Bin ganz schnell bei den Elite und dann auch da nicht mehr rauszudenken und dann muss ich mich mit den anderen Idioten auch nicht mehr beschäftigen. Ja, die einfach nur so diese Scheuklappen so aufhaben und einfach Vollgas, aber ey, so ist es dann auch im Leistungssport. Aber dann muss man sich halt auch nicht beschweren, dass man als Sportler dann irgendwie, wenn es nicht klappt, dass man dann hinten rüber fällt, dann ist es halt so. Wird das ewige Thema sein, immer. Das ist so. Ja, aber das wird, also ich finde auch rein sportlich, wird das halt erstmal spannend, weil wir gerade jetzt auch über viele Teams geredet haben und die World Tour ja nun mal oft auch so strukturiert war, dass wenn du erstmal dich da so oben reingespielt hast und immer noch so reingekommen bist, überall in die Four und die Five Stars, dann hast du meistens in der Gruppe noch eins gewonnen und hast es halt geschafft, da so drin zu bleiben, in dem Konstrukt. Du warst zumindest immer so dabei und das könnte sich jetzt alles halt ganz heftig ändern. Du kannst dir das nicht mehr leisten, wenn du mal drei, vier Turniere an der Scheiße gespielt hast. Das Entry ist ja vor allem drei der letzten vier, also nicht mehr vier der letzten sechs, sondern drei der letzten vier bedeutet halt zwei schlechte Ergebnisse hintereinander. Nicht so wie früher, dass du dann immer noch die vier anderen davor drin hattest und beim nächsten noch eine Chance hattest, sondern zwei schlechte Ergebnisse bedeutet, ein schlechter Ergebnis geht safe in die Setzung rein und beim nächsten Mal in der Zulassung bist du vielleicht schon gecuttet. Ja, und dann gerade für die ganzen deutschen Teams aus verschiedenen Gründen wird das extrem spannend. Ja, auch konstant ist dann Thema und dann wird es schwierig. Zwei Wochen hintereinander, zwei Wochen hintereinander, vier schlechte Spiele machen und du bist erstmal wieder und dann musst du vielleicht, das ist ja das Geile, dann musst du vielleicht vier Monate warten, um dir wieder Punkte zu holen und dann wieder reinzuspielen. Oh Mann. Überleb mal, du verletzt dich nur ein, du hast ein Turnier, schlechte Bedingungen, windig, kannst du nicht. Tja, vielleicht sehen wir dann nächstes Jahr die beste deutsche Tour aller Zeiten, weil die alle international nicht spielen dürften. Was ist deutsche Tour? Beachvolleyball in Deutschland. Ach, gibt's oder was? Vielleicht. Hast du Infos? Nö, nö, ich hab keine Infos. Was, bist du da schon wieder am... Bist du... Ah, okay. Das ist, äh, das ist spannend, Dirk, was du da gerade... Mhm. Kannst du kurz sagen? Nö, nö, nö. Sagst du nicht? Was weißt du, Alter? Ich weiß, da noch nichts feststeht so. Dass ich Anrufe kriege, so was passiert ist. Ich hab viel House of Cards geguckt, ich bin jetzt den Move gegangen, dich da auszuboten, weil mit dir als Stein aus dem Weg, auf einmal kommt da alles in Ordnung. Ach, weil alle Türen dann offen sind, meins ja. Die wollen ja eigentlich, die haben nur keinen Bock auf dich. Und du hast jetzt durch die Marketing-Erfahrungen und durch die ganzen Verkaufsgespräche, die du die letzten Wochen geführt hast, als Podcast-Manager, hast du jetzt die Qualität zu sagen, ich zieh das Ding alleine hoch. Ja. Du und Nori. Ja. Ja. Dirk kommentiert, macht Cheats und spielt auch noch selber, so ein Ding ist das. Oh ja. Ich hab hinten noch so eine Blaskapelle drauf. Bei Papa angerufen, da hast du noch ein Feld frei, kannst du da einen Sandkasten hinbauen, ich zieh das Ding groß auf. Mhm. Deutsche Tour in Niedersachsen. Geil, Alter. Ja. Ja, das ist mein Take dazu. Ich glaube, das wird uns noch ein paar Wochen, ich glaube, wir könnten fast eine Rubrik aufmachen, in der wir immer wieder wöchentlich darüber sprechen, weil ich glaube, da wird sich immer wieder viel tun. Mhm. Und da wird, also aktuell tut sich da viel, aber ich werde, Teufel werde ich tun, könnt ihr mir erzählen, weil da wollte Teufel werde ich tun, irgendwelche Meinungen von einzelnen Spielern, die in einer WhatsApp-Gruppe unter Spielern sind, irgendwie veröffentlichen. So. Da geht's heiß her. Da gibt's jetzt auch schon Angebot. Nee, das kann ich ruhig sagen. Die Schweden haben instant über Nacht mit ihrem Trainer, das ist geil, haben ein sechsseitiges Pamphlet geschrieben mit Punkten, die sie anders sehen würden, die sie aber trotz der Probleme der politischen, die, sie verstehen die politischen Gedanken dahinter und was es für Probleme gibt, haben sie trotzdem Lösungen hingeworfen, über die man zumindest mal sprechen müsste und das ist geil. Das ist geil, ja. Das ist wirklich geil, weil zwei junge Spieler, die natürlich aufstrebend sind und wollen so und ihr Trainer, der auch noch relativ, wegen unserer Wette, wegen unserer Wette und der Trainer setzen sich über Nacht hin und machen sich da Gedanken und haben sogar Punktesystem nochmal angepasst und so aufgrund des Kalenders der jetzt rausgekommen ist. Über Nacht, über eine Nacht, das war krank und haben das in die Gruppe gestellt. Das war beeindruckend. Da war auch wirklich viel Gutes dabei, ein paar Sachen schwierig, weil die politischen Belange das einfach nicht zulassen würden, aber gut. Und da ist jetzt wirklich Energie drin, aber am Ende wird die halt komplett verpuffen. Die größte Energie ist wahrscheinlich in dieser WhatsApp-Gruppe und das war halt dann heute auch. Ja. That's it. Na gut. Ja. Haken dran an Beachvolleyball. Lass weiter E-Sport machen, Alter. Lass reingehen jetzt, komm. 14.41. Lass einfach mal den ganzen Nachmittag jetzt mal reingehen. Ich telefoniere jetzt mit deinem guten Freund Arne Thegen. Oh, wir machen jetzt die-Stars-Business. Können wir unser Top-Transfer jetzt, sollen wir sowas verkünden? Können wir machen, oder? War ja eh klar. Ich glaube, die Leute haben noch ein bisschen nach Zweil, ob es wirklich mal passiert. Also gerade die, die schon länger den Weg von Nahen und mir verfolgen. Lass uns das nicht so, lass uns das nicht so Maxim. Aber sagen wir es mal so, Sir Antresen hat sich bereit erklärt, uns vielleicht ein bisschen an den Baustellen, die wir haben, zu unterstützen, weil er die eh sehr gut, also das ist sein Job. So, das, was wir hier gerade an, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir genau, wo wir die Fehler haben, die genau Sir Antresen ausmerzen kann und er hat gerade eh keinen Job und ist auf der Suche, etwas Cooles zu machen, so. Und es würde passen, so würde ich es mal formulieren. Und das sieht er auch so mittlerweile. Kann man das so hinstellen? Das hört sich jetzt, glaube ich, so an, als ob er seit Jahren arbeitssuchend ist. Nee, Quatsch. Er hat eine Berufshistorie, gegen die er sich bewusst entschieden hat, deswegen jetzt ein bisschen ALG1 am Start hatte. war doch irgendwie stellvertretend ein Geschäftsführer oder sowas da. Ja, ja, also, war entspannt, ne? Also ich hab den jetzt nicht, will den nicht unseren, ne? Nö, und der, ja, hat Bock, bei uns mitzumachen. Bin ich sehr gespannt, weil der ist, so die ersten Gespräche sind vielversprechend. Der ist genau, und der wird dir auch so, also dein guter Freund wird dir auch richtig auf den Sack gehen, da freue ich mich schon drauf. Ja, freust du dich auch drauf? Wird toll. Na gut, okay. Ja, that's pretty much it, Dirk, von mir. Gut. Dann machst du Feierabend? Mhm. Und ich geh arbeiten. Sehr schön, so gefällt mir das. Okay. Hören wir uns nächste Woche wieder, wenn's wieder heißt Ski. Okay.